Da die dunklen Gebirgsklüfte unpassierbar waren, schlugen die Helden einen Umweg von Volklung nach Calois ein. In das Reich der unbarmherzigen Marie de Morphichet. Schon bei der Ankunft zeichneten sich ihre Truppen nicht durch große Gastlichkeit aus. Helias blieb im Schloss von Marie de Morphichet, um mit ihr zu verhandeln. Das Land außerhalb der Burgmauern war in einem erschreckenden Zustand. Der Bevölkerung ging es sehr schlecht. Ari bekam von Marie de Morphichet den Auftrag, einem entfernten Dorf innerhalb ihrer Ländereien einen Besuch abzustatten. Pilgrim gab ihr bei dieser Mission Geleit. Um den Menschen zu helfen und damit Marie de Morphichets Vertrauen zu gewinnen, beschlossen Dario, Erek und Salim derweil ein Lager aufzubauen. Lass uns noch einmal rekapitulieren. Wir sollten Port Calois mit unseren Rohstoffen beim Aufbau helfen. Aber wir müssen uns vor feindlichen Angriffen in Acht nehmen. Mordrits Schergen werden im Norden erwartet. Lasst uns die Feinde am Dorfeingang abfangen. Das Dorfzentrum muss überleben. Wir müssen bald zurückschlagen. Okay, los geht es. Ich tue mein Bestes. Bis in Ordnung. Der Plan für S5 ist, die Review fertig zu kriegen. Und unter Umständen machen wir dann auch mit den Add-ons weiter. Das kann ich. Der Tag der Abbrechnung. Steuern und Suld werden gezahlt. Einer eurer Helden wird angegriffen. So. Ihr habt nicht genug Taler. Frage ist, wo finden wir den hier? Aber es ist nicht viel. Schlagt zuerst mehr Holz. Ja, das können wir tun. Und zwar auch direkt hier. So, und viel mehr können wir leider nicht tun gleichzeitig. 400 Leben, 600 Holz, damit es mit dem Wiederaufbau losgehen kann. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ähm, wieso nehmt ihr verschiedene Strecken? Seid unbesorgt. Hä? Wir erledigen das. Das ist eine Selektion. Wieso nehmt ihr unterschiedliche Strecken zum Dorf? Seine Arbeit in einer Miene auf. Attacke! Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Also, das gibt es ja nicht zu verstehen. Wenn's denn sein muss. Bis in den Tod! So, Holz brauchen wir mehr. Aber das... Vielleicht können wir im Moment nichts machen, damit das schneller geht. Fertig? Ihr braucht mehr Holz vor der Hütte. So, da hatten wir jetzt auch die Meme-Line. Ja, es ist deutlich anders. Wobei, ich habe gemerkt, als ich in S6 reingeschaut hatte. Angriff! Dass, äh... Einige Grafiken scheinbar die gleichen sind. Jawohl! Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Das ist die Beziehung meiner Leib-Eigenen. Nieder mit ihnen! Ihr braucht mehr Holz vor der Hütte. Da werden sie schauen, die Schakale! Erech! Angriff! Ja, auch einige Siedler. Kein Problem. Wird gemacht. Für Ruhm und Ehre. Ihr... Baut bitte Holz ab. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Bauer beginnt, eure Siedler mit Mahlzeiten zu versunken. So, bringt das überhaupt was, den Turm zu zerstören? Komm, ihr nehmt mal die paar Bäume. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja. So, wir scouten erstmal. So ist das Einzige, was wir im Moment so tun können. Dario geht in die Richtung. Der Rest kann sich da hier aufstellen, weil hier müssen wir verteidigen. Wir selber sind eigentlich weniger in Gefahr. So gut ich kann. S6 habe ich nur den Anfang zweimal gespielt, aber da habe ich mich nie so mit befasst. So, dann Hochschule. Natürlich, natürlich. Können wir noch einen Leibeigenen dazukaufen. Hier ist noch ein Lebensschach. Das sollten wir möglichst bald sichern. Ja. 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 Das ist doch freundlich. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt nicht genug zu essen. Und ich glaube genau die hier kann man später kaufen, die Rohstoffvorkommen, die hier sind. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Umgeschubse? Ja gut, bei mir war es so, dass es tatsächlich ein erstes Siedler 4 war, wobei wir auch Siedler 2 und Siedler 3 hatten. Man braucht Lehm, um Lehm zu bekommen. Ja, ist gut. Warum nutzt sie die Minen nicht? Dieses Tor ist aus Sicherheitsgründen geschlossen. Nehmt den sicheren Weg im Osten. Wir bleiben auf unseren Posten, egal was passiert. In Ordnung. So gut ich kann. So gut ich kann. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Genau, ihr sammelt mal gerade Holz, äh nicht Holz, Lehm, weil wir müssten auf jeden Fall hier noch ein Haus und einen Bauernhof bauen. Ich werde mich darum sorgen beim Kalifen. Gab es hier nicht auch irgendwo noch eine Kiste? Jawohl Herr, eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern sofort. Maxx, danke für die fünf geschenkten Subs. Ja, wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wollt. Ja, mein Gott. Ja, mein Gott. So, wo ist die Gräfe? So gut ich kann. Sehr wohl. Ja, mein Gott. Ja. Gut. Gut. Ich werde weiterhin bei Marie de Morphichet verweilen und mit ihr verhandeln. Ihre Minen könnten für uns noch wichtig sein. Ihr solltet ihren Wünschen folgelasten. Gut. So. Aber wir können doch nicht mit ihr reden. Wie ihr wünscht, mein Herr. In Ordnung. Aber gern. Biss in Ordnung. So, und ihr erforscht Konstruktion. Wird erledigt. Es ist Zahltag. Fertig. Meister. So, nochmal drei Leib eigener. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ich denke, da sollte vielleicht das nächste sogar schon Wehrpflicht sein. Beziehungsweise dann direkt auf stehendes Dessert, damit wir Bogenschützen machen können. Fertig. Meister. Wird erledigt. Ach, ihr fehlt ja auch noch. Oh. Kann ich die aus ihrem Haus rausschmeißen? Nein. Wenn's denn sein muss. Na gut. Na gut. Hey, hey. Hey, hey. So, Ziegelhütte wäre dann das Nächste. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Forschung abgeschlossen. Kein Problem. Die Sprechen sind schon rüstig. Ja, also, sie werden nur schnell anstrengend. Wobei, ich finde, Karl Kofis Stimme ist nicht mal unangenehm, aber er wählt manchmal komische Betonungen. Und die Dialogregie ist auch... Also, ich werde in der Review auch definitiv noch über eine Stelle sprechen. Da hätte man so viel emotional laden können. Und man hat es nicht getan. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ja, ist gut. Ähm... Ja, okay, das können wir uns nicht leisten. Ähm... Ich kann es nicht anklicken. Aber gern. Fertig, Meister. Aber gern. Ja, ja. So, und als nächstes brauchen wir mehr Steine. Ich hab getan, was ihr wolltet. Da gibt es sogar welche. Na gut. Kommt, bevor ihr eidelt. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden bezahlt. Wobei, nee, macht das so. Ja, 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 ja. Ich habe auch so ein Gefühl, dass ich wahrscheinlich jetzt auch gar nicht mehr so optimiert spiele, weil ich glaube, ich verlasse mich zu wenig auf Leibeigene, müsste eigentlich meine Ressourcen halt mehr erstmal in Gebäude investieren, die halt Arbeiter haben und vielleicht Häuser, aber vielleicht nicht unbedingt Bauernhöfe. Aber ich habe kaum Siedlungen stehen und ich bin schon fast am Bevölkerungslimit. Das ist halt auch tragisch. Ich mache nochmal die Uhr an. So, ihr geht auch Steine holen. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Aber gern. What a lovely day. Hydrieren, das klingt sehr gut. But Elias, I am dehydration, so I must consume drink. Ja, trinken ist wichtig. Die meisten Menschen trinken zu wenig. Kommt hier überhaupt irgendwas an Angriffen, bevor wir den Wiederaufbau finanzieren? Aber wir könnten hier drüben mal Häuser bauen. Aber wir müssen hier drüben das clearn, weil sonst haben wir gleich keine Zollkrum mehr. Aber wir müssen hier drüben sein. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Forschung abgeschlossen. Ach, da ist noch ein Steinbruch. Wenn man sich es nur leisten könnte, das ist, wenn man den Platz hätte. Dario ist wieder am Raven. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Einer eurer Helden wird angegriffen. Das war jetzt Verschwendung? Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft! Zahltag! Feinde haben einen Held attackiert. Wir kümmern uns darum. Attacke! Alles weg! Auf in den Kampf! Auf in den Kampf! So, ihr seid fertig. Das heißt, ihr geht auf... ...Steine. Ihr geht hier hin. Dann könnt ihr nämlich hier auch aufrollen. Wir haben nicht genug Wohnhäuser durchlauft. So, Wehrpflicht können wir mal erforschen. Oh je. Wir kümmern uns darum. Schnell rüber. Schnell rüber. Okay, erstmal töten sie die Leibeigenen. Aber es ist schön, dass sie direkt neue Leibeigenen kaufen. Einfach nur, um die abzulenken. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere Siedler. Fertig, Meister. Na gut. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ja, ich glaube, ich kann... Also, wenn man nicht gerade mehrere Truppen hier reinlaufen lässt... ...habe ich sogar meine Zweifel, dass hier was passieren kann. Dario, hilf mit! Für das Volk! 400 Leben und 600 Holz. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuer. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Fertig, Meister. In Ordnung. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ja! So, dann haben wir... Ist in einem... Na gut. Wir brauchen erstmal die verbesserte Burg. Es ist so teuer. So, fahrt! Ab Dank, edler Erd! Sobald wir unser Dorf wieder in Gang gebracht haben, werden wir der Gräfin Bescheid geben. Wir brauchen weiterhin eure militärische Hilfe gegen den übermächtigen Gegner aus dem Norden. Ausbau vollbracht. In Ordnung. Hoch, nein! Was tut ihr denn? Seid unbesorgt. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Seid froh, wenn ihr überlebt. So soll es sein. So soll es sein. Zahltag! Zahltag! Sehr wohl! In Ordnung! Ist das nicht wundervoll hier? So, ihr... Wo war das Eisen? Ja! 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 Nichts lieber Ja! 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 Dann bauen wir das Dorfzentrum aus. So soll es sein. Eine neue Technologie ist erforscht. Aber gern? Na gut. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Erforscht das mal. Einer eurer Helden wird angegriffen. Mensch, jetzt ist hier sogar richtig was los. Seid gegrüßt, mein Herr. Gut, dass ihr da seid. Bitte beschützt uns vor Mordrätts Scherken. Sie fallen immer wieder aus dem Norden über uns. So, aber da wird es einen Ballistaturm hier haben. Und ich glaube, er baut sogar noch einen. So, ihr baut die Steine ab. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Hier gibt's nix mehr zu holen. Wird erledigt. Ich glaube, wir investieren auch an einer Kirche, dass wir die Steuern noch stellen können. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, einmal vom Pferden lesen. Ah, ich hätte recht warten sollen. Das nächste wäre jetzt das hier gewesen. Über eine neue Technologie. Probieren wir mal die Kirche. Neue Technologie ist erforschen. Nichts lieber als das. Nichts lieber als das. Nichts lieber als das die Kirche. Nichts lieber als die Kirche. Ich bin lieber als die Kirche. Und ich bin lieber als das mit der Kirche. Ich bin lieber als das. Nein, ich bin lieber als das. Das ist das. Ich bin lieber als das. So, Bauernhof und dann gehen sie auf die Kirche. 30 Sekunden bis zum Zahltag. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Drink. Drink has been consumed. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft! Gut. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ja, mein Herr. Fertig. Ein Priester tritt in eure Dienste. Ja, was ist das für eine Betonung? Mag Oliver Kalkofe keine Priester? Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Vielleicht nicht die Bottste wie Duke Nukem. Das weiß ich nicht. Wir haben gedacht. Ah, endlich. Der Bürgermeister von Port Calois hat von euren Taten künden lassen. Als Dank haben wir die Baupläne für eine Kanonengießerei bekommen. Konnten wir die nicht schon in Volklung bauen? Die Gräfin würde sich gern persönlich bei euch bedanken. Am besten eilt ihr alsbald zu ihr. Es gibt nicht genug zu essen. Es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, brauchen wir jetzt die Universität für die nächste Tag. Die Kathedrale. Heureka! Ja, brauchen wir den Ausbau von Kapellen. Die Uhr. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg. Feinde haben einen Held attackiert. Sicher das? Ja, mein Lord. Sanim kämpft doch nicht so weit draußen. Der Erekt so rund. Sofort. Ja. Der Sieg wird unser sein! Einer eurer Lehmschächte wird bald leer sein. Einer eurer Lehmschächte wird bald leer sein. Folgt mir in den Kampf! Wie ihr wünscht. In Fahrt mit euch! Ja, ganz ehrlich, so wie der gerade auch Gäste betont hat. Ich glaube auch nicht, dass was Helias... Also, ich glaube, Verhandeln war hier auch ein Euphemismus. Los! Huch, nein! Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum! So, ich glaube, wir haben jetzt die Kanonengießerei for free bekommen. Aber ich meine, wir hätten sie auch schon vorher aufbauen können. Wieso fehlt hier ein Langbogenschütze? Ausbau abgeschlossen! Ihr seid gegrüßt! Als Dank für eure Unterstützung erlaube ich euch, mir einige Besitztümer im Süden abzukaufen. Eine Steingrube. Eine Lehmgrube. Eine Eisengrube. Und eine Schwefelgrube. Was war das für ein Dialog-Regime? Allerdings erhebt das Rebellendorf Turte. Im Nordwesten auch Ansprüche auf die Minen. Ihr solltet auf Angriffe von dort gefasst sein. Gut. Rebellen sagst du? Gibt es hier Rohstoffe noch? Also Zeug, was meine... ...Leib-Algen abbauen können. Ansonsten sieht es eigentlich mehr nach... ...Nach Entwaldung aus. Oh. Oh. Einfach nur, damit zwischen den Zahltagen ein bisschen was reinkommt. Eine eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Auf zum Flusslosio. Ja. Huch. Wer hat der denn einen Schaden davon genommen? Euer Wunsch ist mehr Befehl. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ein Schatzmeister beginnt mit der Arbeit in der Bank. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Für Ruhm und Ehre. Sieht doch nicht aus, als würden die mal ihre Burgenschützen upgraden. Ich meine, das soll mir recht sein, aber... Es ist Zahltag. Ich glaube, das hier... Ja, ist gut. Wir können hier ausbauen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So... Schnelle Bewegung für Leibeigene und für Arbeiter. Hm... Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. So, und nächster Zahltag... Zahltag gehen wir nach Büchereien. Ausbau fertig. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Okay, die Motivation geht direkt wieder runter. Das ist aber eigentlich auch nicht normal. Aber es dürfte vielleicht sogar für einen extra Arbeitsgang reichen. Was kosten die Minen nochmal? 2.000 für eine Schwefelgrube. 2.000 für eine... Holz für eine Eisengrube. Das klingt sogar nach einem guten Deal. Aber wir müssen es verteidigen können. Das ist das Problem. Es ist Zahltag. Das ist der Alltag. So... fahrt. Und wir gehen noch auf Handel. So gut ich kann. Ja. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wünscht, mein Herr. Fertig? Ja, mein Lord. Sehr wohl. Wie ihr wünscht, mein Herr. Kein Problem. Aber gern. Die auszubauen bringt eigentlich nichts mehr. Wollen sie euch erst mal mit die großen Sachen kriegen. Feinde haben einen Held attackiert. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Auf in die Schlacht! Ausbau abgeschlossen. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. Da werden sie schauen, die Schakale! Bots, Mecca und Medina, natürlich! Folgt mir in den Kampf! Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. Wo fehlen Betten? Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich feines. Der Tag der Abwech. So. Wir können alle Rohstoffe kaufen, die wir wollen. Aber für den Moment bringt mir das noch nicht so viel. Ich glaube, ich will eher erst mal verkaufen. Alter, das ist eine gute Conversion-Ratio gerade. Das Gebäude. So. Und dann wird es Zeit für die ersten Uhren. Jupp. Jupp. Hierfür benötigt ihr mehr Thaler. Und hohe Steuern. So hohe Steuern habe ich meinen Lebtakt noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Fertig. Meister. Fensten sein muss. Ja. Ja ist gut. So das nächste was wir machen ist Bogenschützen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So und direkt mal eine Heiligsprechung aushauen. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. Hier gibt es jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Ja dann baut man das Zelt ab. Ja. Der Handel ist beschlossen. Sehr nice. Fertig. Meister. Ich hab getan was ihr wolltet. Einer eurer Lebensschächte ist erschöpft. Ihr habt eine neue Technologie erfunden. So. Schleiß mir die Gebäude ab. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ja. Einer eurer Helden wird angegriffen. Abgemacht. Es werden mehr Gegner, aber es werden nicht höherwertige Truppen. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. An einem der Steinbrüche gibt es bald nichts mehr zu holen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Also was hat die Exkursion für eine Reichweite? Nichts zu essen. Eure Arbeiter bezahlen die Steuern. Ja. So hohe Steuern habe ich meinen Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Sofort. In Ordnung. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Das Gebäude ist ausgebaut. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ja. Kein Problem. Ist in Ordnung. Wann braucht das Land? Wird erledigt. Dass alle stets wissen, wie lange sie noch für mich arbeiten müssen. Nämlich für die Ewigkeit. Ausbau vollbracht. Ich glaub. Schreib ich auch im Video immer noch viel schön was dagegen hat, wenn wir hier ihre Allee abholzen. Platz zum Nächtigen. Ja, ja. Ja, ja. Sofort. Fällig. Mein Aufbau sieht schon viel besser aus. Danke. Aber ich glaub optimal ist das noch nicht. Nicht, dass man es hier bräuchte. Ja. In Ordnung. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es ist Zahltag. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es ist Zahltag. Hm. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Schmieden und Ziegelhütten. Wollen wir erstmal Befiederung haben? Schmieden wurden? Schmieden. Achso. Wenn hier nicht der ganze Shit wäre und wir haben die Pilgrim nicht um ihn wegzusprengen. Schmieden. Meister! Piss in einem. Ausbau abgeschlossen. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Fertig, Meister! Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Fertig! All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Seid ihr noch ganz beidem? Eure Priester sägen in die Bewohner der Stadt. Ey, die Priester sollten sich nicht beschweren. Die sind der Grund, warum ich die Steuer überhaupt so hoch ansetzen kann. Aber jetzt kommen sie sogar mit einer Kanone. So, wir brauchen noch ein paar... von meinen anderen Leibeigenen. Sind welche in der Nähe? Hier. Baut mal bitte noch einen Schießplatz hier drüben. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. So, hier drüben ist ja jetzt Platz. Ja! Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Jupp! Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. So, jetzt haben wir kein Eisen mehr. Jetzt brauchen wir die Minen. Gottverdammt, was tut ihr denn? Doch, obdachlose Siedler. Ja, natürlich. Jawohl. Natürlich. So, die Helden kommen hier rüber. Fertig! Ja, ja, ja. Fertig! Fertig! Ja? Wenn's denn sein muss. Aber gern! Ja! Wir erledigen das! Fertig! Es ist zahm. Die Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ja, das kann nicht ausgebaut werden. Das stimmt. So, das Rebellendorf werden wir auch zerstören. Ich glaub, wir bekommen zwar wirklich die Chance, dass wir uns friedlich mit denen stellen können. Aber sie haben auch einen Siedlungsplatz und das ist ein Verbrechen. Fertig, Meister. Ausbau abgeschlossen. Es trainiert doch gar kein Hauptmann mehr hier. Ja! Macht's überhaupt Sinn, warte, macht's überhaupt Sinn, das Tal auszubauen? Wenn ich sowieso schon eine Schießanlage habe, wo ich upgraden kann? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Eine eurer Lehmschächte wird bald leer sein. Ja, das ist okay. Ihr seid auf Feinde gestützt. Sie greifen an. Jawohl. Macht sie nieder. Ich hab getan, was ihr wolltet. Glaub ich, wir einen Kanonenturm da haben. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja. In Ordnung. Ich hab getan, was ihr wolltet. Aber gern. So fast. Ja, ja. Aber gern. So, wir brauchen noch eine Metallurgie. Sonst, wir kaufen mal ein bisschen Eisen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich hab getan, was ihr wolltet. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Der Handel ist beschlossen. So, von Schützen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. So, wir können hier nichts erforschen. Deshalb sehe ich nicht, dass der Ziegelbrenner was bringt. Das ist ein Hausbau vollbracht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Spione berichten von Truppen im Mörden. Dort rebelliert das Dorf tot. Es beansprucht die Minen für sich. Ihr werdet kämpfen oder aber die Rebellen mit einem Tribut im Handelsmenü besänftigen müssen. Nein, keine Diplomatie. Wir haben einen Siedlungsplatz. Einer eurer Steinbrüche ist erschöpft. Das Gebäude ist ausgebaut. Ihr habt nicht in Wohnhäuser durchlaucht. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. So, und Steine, wie sie haben, tausend Stück. Wir haben eine neue Technologie erforschen lassen. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir... Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Doch, werdet ihr? Ihr habt nicht genug Taler. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Ausbau vollbracht. Es ist schön, dass die Verbündeten Türme tanken. Heißt, das Ganze hier repariert sich alles selber. Sofort. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Das kann ich. In Ordnung. Auf in den Kampf. In Ordnung. Ja! Und da sind sie. Wir wollen. Natürlich. Ihr werdet angegriffen. Es ist Zeit, Tag. Hand drauf. Ja. Auf in den Kampf. Der Sieg wird unser sein. Jetzt hat sie froh sind, dass sie in der Stadt wohnen dürfen. Heulen sind nur, dass man irgendwie nicht so viel abverlangen würde. Ja. Attacke! Ich meine, in welcher anderen Stadt findest du so viele Uhren? Ja, Milord. Es muss doch was wert sein. Ah, wir haben, äh, zu wenig, äh, Platz im Dorfzentrum. Kein Problem. Meinerseits sind mehr wohnen. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Na, gut. Natürlich. So viele Uhren will man auch in den letzten sieben Städten, die gebaut hast. Nein, gar nicht wahr. Ich habe, ich habe erst am Messier überhaupt angefangen, damit zu arbeiten. Norfolk bestand kein Bedarf. Meine ich. Ich meine, ich hätte da keine gebaut. Eure Priester haben ihre Gebete noch nicht beendet. Hältstück! Komm, der Markt muss schneller sein. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Feinde greifen euch an. Für Ruhm und Ehre. Handbrauch. Leert sie das Fürchten. Euer Wunsch ist mir Befehl. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch Obdachlose-Siegler. Nur Mut. Wir werden siegen. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. So, wir bauen einmal den Ballistaturm aus. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Das Gebäude ist ausgebaut. Leute, ihr müsst schon in Reichweite kommen. Das Gebäude ist ausgebaut. Gerb. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Okay. 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 So, wir bauen die Sachen aus. Ja, ist gut. Das Problem mit dem Erbe der Könige ist, dass es kein Siegler ist. Und was halt auch jetzt, finde ich, immer mehr auffällt, also ich finde auch immer mehr Belege dafür, das Spiel war nicht fertig. Aber man hätte es durchaus zu einem schönen Siedler-Spin-Off machen können, wenn man ein paar von den Sachen, die schon drin sind, anders angeordnet hätte. Ausbau von mittleren Wohnhäusern und Mühlen. Ist das überhaupt relevant? Okay, die Bergmänner gehen aber jetzt. Ja. Das merkt man leider auch an sehr vielen Stellen. So, dann machen wir hier nochmal die Rüstung. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt feierab? Ich weiß immer noch nicht, ob Schießpulver für Kanonentürme wirkt. So hohe Steuern habe ich meinen Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Ich finde es cool, dass die mit dem Friesband dann arbeiten. All eure Wohnhäuser sind belastet. Bring nichts für Kanonentürme. Okay, dann ist die useless für mich. Ich habe getan, was ihr wolltet. Das Gebäude ist auf der Map. Ja gut, ich könnte theoretisch, glaube ich, oder? Ich könnte theoretisch hier aber den Fluss. Aber das bringt uns auch nicht wirklich was. Wir müssen hier durch. Ja, Siegler hat versucht, das Ein-Auf-Empires zu machen, aber auch nicht gut. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt feierab? Also zum Beispiel die Leibeigen. Die sind kein Vergleich zu Dorfbewohnern, die zu jeder Zeit die wichtigste Einheit im Spiel sind. Die Burg ist, also zum Beispiel die Burg kann ja auch beliebig viele Leibeigene zu jeder Zeit kaufen. Eure Siedler werden gesiedelt. Mit minimaler Vorlaufzeit. Feinde haben einen Held attackiert. Ich habe getan, was ihr wolltet. Und ich komme auch immer mehr zum Beschluss, dass Helden unsterblich zu machen, auch ein Riesenfehler war. An einem der Steinbrüche gibt es bald nichts mehr zu holen. So, ich glaube, wir können langsam auf... Oder? Wobei, ich will erst... Wir maxen das erst. Wir müssen sowieso ein paar für Eisen nachkaufen, aber das ist okay. Wir müssen, wenn uns die K recruitern, um die K Wir müssen uns die K um mit einem K und einem bibliotekenten sehen, Wir müssen die K? Wir müssen die K! Wir müssen jetzt einfach die K. Wir müssen das hier entdecken. Wir müssen uns die K. Wir müssen uns die K. Wir müssen die Kür haben. Wir müssen uns die Kürạnh. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Seid gesegnet. Ja, ich finde halt, dass Helden sterblich sein sollten, weil es eine Niederlagebedingung ist. Nur das Spiel konfrontiert dich fast nie mit einer Niederlagebedingung. Und es entkernt halt auch einen wichtigen Plotpunkt in Nebelreich. Ausbau abgeschlossen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Hier zieht uns das letzte Hemd aus. Das ist Wucher. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Ein Held ist in großer Gefahr. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Auch mehr Heisen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ein Held ist in großer Gefahr. Seid gesegnet. Erstmal eine schöne Steuererhöhung. Ja. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, kein Problem. So, das sollten dann die letzten Uhren sein. Ja, so, der Nebelreich klappt nochmal eigentlich in eine Aktion fürs Balancing. Ja! Ich glaube, die haben selber gemerkt, dass, äh, dass du einfach nicht die Mission balanciert kriegst, solange Eurek da ist. Ich meine, sie hätten auch einfach seine Fähigkeiten nerven können. Ähm... Fertig, Meister. Ich tue mein Bestes. In Ordnung. Ja, Herr. Der Handel ist beschlossen. Ja, mein Herr. Ja! Ja! Heureka! Ja! Ja, wird erledigt. Ja, da kommt Drake. Aber ich verstehe, was ich mir nicht ganz vorstellen kann, ist wie Drake, weil er ist ja eigentlich mehr gegen einzelne Einheiten. Ähm, klar, wenn er auf den Hauptmann zielt, überträgt sich ja der Schaden. Oder ist er einfach ohne seine Fähigkeiten schon so OP? Die Steuern sind untagbar hoch. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Seid gesegnet. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Euer Dorf steht unter Beschuss. Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. Wird gemacht. Ich meine, die sind so schon OP, aber... Sehr gut. Ich finde, Eriks Buff sollte auch auf Nahkämpfer beschränkt sein. So wie es halt auch Blutrausch in S4 war. Naja, wobei... Blutrausch hat auch für, ähm... Für Dix funktioniert. Für Spezialeinheiten. Kann ich dann jetzt gehen? Nur Mut! Wir werden siegen! Wow, sie haben sogar mal selber ein paar Armbrustschützen rangekarrt. Angriff! Wir erledigen das! Leert sie das Fürchten! Für Ruhm und Ehre! Leute, wollt ihr nicht vielleicht mal angreifen? Ich meine, ich hab kein Problem damit, wenn ihr so traden wollt. Zahltag! Euer Dorf steht unter Beschuss. Nein, nicht die Uhren! Ergreift sie! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt! Das könnt ihr doch nicht tun! Wenn's denn sein muss... Ausbau vollbracht! Schlimm, man muss vielleicht nicht extra steuern. Wenn er bei den Fernkämpfern bleiben soll. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht den Synchronsprecher für Erik nicht wiederbekommen haben. Und ich meine, so wie ich mich erinnere, spricht er in Nebelreich nicht. Jawohl! Eure Siedler werden gesegnet. Wie ihr wünscht! Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? So gut ich kann. Wie ihr wollt. Für Ruhm und Ehre! Wie ihr wünscht, mein Herr. Einer eurer Helden wird angegriffen. Wie ihr wünscht! Nur Mut! Wir werden siegen! Jawohl! Ja, mein Gott! Wie ihr wollt! In Ordnung! Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen! Dort oben im Baum! Auf in den Kampf! Einer eurer Helden wird angegriffen! Attacke! Angriff! Es ist Zeittag! Seid unbesorgt! In Ordnung! So, die Helden tanken! Ergreift sie! Ja, ja! Ihr habt es so gewollt! Ergreift sie! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an! Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei! Für Ruhm und Ehre! So, der Turm schmilzt einfach. Leert sie das Fürchten! Nur Mut! Wir werden siegen! Sofort! So gut ich kann! In Ordnung! Ja! Wir erledigen das! Attacke! Ja! In Ordnung! Ja! Ja, Herr! Auf in den Kampf! Angriff! Wie ihr wünscht! Bis in den Tod! Dafür sind wir genau die Richtigen! Lasst mich bitte meine Arbeit machen! Ich mach das schon! Auf in den Kampf! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten! Feinde greifen ihn an! Für das Volk! Für das Volk! So, Erik! Sofort! Sofort! Macht sie nieder! Folgt mir Brüder! Ja! Eure Arbeiter bezahlen die Steuer! Jawohl! Jawohl! Ich mach das! Wach das! Wir müssen wiederhören! In der Draht! Nachrufe! Ich mach das! Aufhören! Wir müssen jetzt bleiben! Aber Eriks Fähigkeit hat auch eine wirklich absurd lange Dauer. Ja, mein Herr, so soll es sein. Er greift sie. Er greift sie. So, ihr seid entlassen. Hm? Ja! 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 Ich könnte schwören. Ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Feinde haben einen Held attackiert. Krieg mal die Jungs und nicht heute Abend frei. Du auch? Nee. Hier. Aber Rohstoffe sind hier nicht, oder? Ja. Ja, ist gut. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, wir können nochmal einen Schadens-Subgrade erforschen. Die Rohstoffe habe ich ja schon, ja, aber ich will einen Siedlungsplatz haben. Ich habe getan, was ihr wolltet. Ja! Gerade weil hier ja so wenig an Siedlungsplätzen ist. Wir greifen ihn an. Für Ruhm und Ehre. Seid gesegnet. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ausbau abgeschlossen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ja! So, da kommt aber auch keine Anspielung drauf. Das Ding ist gut. Sie wissen bei der nächsten Map nicht, ob wir das Rebellenlauf zerstört haben. Aber den Enthüllungen der nächsten Missionen kommt das hier in einen ganz anderen Kontext. Das macht echt keinen Unterschied, ob ich jetzt den zweiten Schießplatz noch ausbaue. Oh, so viel Eisen haben wir gar nicht. Im ausgebauten Schießplatz hat sie langsamer rekrutiert. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja! Euch fehlt Eisen? Sofort! Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei? Nein! Jetzt sind sie dann besser ausgebildet, also dauert es länger. Wow. Das Spiel wurde abgeschlossen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So, fahrt. Jupp. Sicher, Datt? Kein Problem. Aber gern. Jawohl. Wir erledigen das. Jawohl. Zahltag. Ja. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. So, das müssen alle sein. Ich hab getan, was ihr wolltet. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wollt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Eure Siedler werden gesegnet. So, bringen wir es zu Ende. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ausbau vollbracht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Warum brauchst du die Bauernwürfe nicht aus? Weil das nicht... Also, wir kriegen zwei zusätzliche Slots und einer wird direkt vom neuen Bauern belegt. Also, wenn man nicht gerade akuten Platzmangel hat, ist das nicht so. Fertig, Meister. Wie ihr wünscht, mein Herr. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch Obdachlose-Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Es ist Zeit lang. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. Einer eurer Helden wird angegriffen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Lehrt sie das Fürchten. Gut. Gut. Wie ihr wünscht, mein Herr. Seid unbesorgt. Gut. So gut ich kann. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ja, Mann. Nieder mit ihnen. So, ihr tankt. Sehr wohl. Attacke. Sehr wohl. Ein Held ist in großer Gefahr. Ja. Natürlich. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Gut. Fürchtet euch nicht. Euch wird nichts geschehen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ihr habt es so gewollt. Ja, in Ordnung. Auf in den Kampf. Wie ihr wünscht, mein Herr. Mit Freuden. Sieh dich. So gut ich kann. Ja. Ja. Gott, Mecca und Medina. Natürlich. So soll es sein. Jawohl. Angriff! Feinde haben einen Held attackiert. So soll es sein. Erik ist kampfunfähig. Ja! Nur Mut. Wir werden sieben. Das kann ich. Das kann ich. Ja, Herr. Angriff. Gut, es ist ja auch Siedler. Auch wenn es das falsche Siedler ist. Das sieht er, über das wir nicht reden. Darin liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Euer Wunsch ist mir befehlen. Bis in den Tod. Wir kümmern uns darum. Lehrt sie das Fürchten. Der Tag der Abrechnung. Steuern und sollt werden gezahlt. Auf in den Kampf. Oh, das ist teuer. Feinde greifen euch an. Auf in den Kampf. Angriff. Macht sie nieder. Angriff. Bis in den Tod. Angriff. Aber sie outrangen einfach Kanonentürme. Na ja, fast. Wenn sie sich entscheiden, sich trotzdem beschissen hinzustellen. Feinde greifen euch an. Angriff. Euer Wunsch ist mir befehlen. Sofort. Das kann ich. Ja, mein Herr. Wie ihr befehlt. Seid unbesorgt. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Macht sie nieder. Ja, sehr wohl. Der wird eine gute Farbe. Die Jahre stückt. Auf in den Kampf. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? In Ordnung. Wie ihr befehlt. Ja. Für das Volk. Nur gegen Gebäude sind es halt ziemlich ineffektiv. Das kann ich. Wie ihr befehlt. Zero Damage Challenge. Nee, das nicht. Macht sie nieder. Das kann ich noch nicht. Zahltag. 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 sind wir genau die Richtigen. Gerb. Ja, mein Gott. Ich tue mein Bestes. So, hier oben muss die Borg sein. Oh ja, oh ja, weg da. Für Ruhm und Ehre. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. So gut ich kann. Nur Mut. Gut, wir werden siegen. Ja, Herr. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So gut ich kann. Wie ihr wünscht, mein Herr. Gerb. Jawohl. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Das kann ich. Wenn die Boys mal bitte hier rüberkommen. Jawohl. So soll es sein. Macht sie die da. Wenn ihr von dem Buff profitieren würdet. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ja, natürlich. Ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ein ewiger Kreis des Hydrierens. Endlich kehrte wieder Frieden in Port Calois ein. Die Menschen konnten ihr vertrautes, unbeschwertes Leben in der neu gewonnenen Sicherheit allmählich wieder aufnehmen. Der Außenposten von Mordrede war vernichtet und die Bewohner des Dorfes konnten aufatmen. Doch Ari blieb weiterhin spurlos verschwunden. Marie de Morphichet wollte die Helden zum Bleiben überreden. Doch in ihren anderen Ländereien schien Seltsames vorzugehen. Eine große Plage, so wurde erzählt. Helios blieb weiterhin bei Marie de Morphichet. Er hatte Informationen gesammelt, die noch kein so rechtes Bild ergaben und fühlte sich dort nützlicher für die Helden. Während die anderen Helden noch Zweifel an Aris Aufrichtigkeit hegten, beschloss Dario, ihr zu den anderen Dörfern zu folgen. Was interessant ist... Ari war nun schon seit Wochen verschwunden und es fiel den anderen schwer, ihre Spur aufzunehmen. Als sie eines der anderen Dörfer erreichten, erfuhren sie, dass Ari dort niemals angekommen war. Stattdessen ging es den Leuten hier viel schlechter als allgemein angenommen ward. Eine Seuche hatte sich ausgebreitet. Die Helden beschlossen, dass dem Dorf am besten geholfen wäre, wenn ein Lager in einem gewissen Abstand vom Ursprungsdorf errichtet würde. Von Zeit zu Zeit könnten sie dann nach dem Rechten sehen und vielleicht neue Kunde über Aris verschwinden bekommen. Oh, holla! Seit wann wohnt hier denn jemand? Als ich das letzte Mal hier war, war da hinten ein schöner, ruhiger Strand, wo man prima baden konnte. Und da oben in dem Dorf, da war es früher auch mal ganz hübsch, mit Blick aufs Meer. Aber jetzt ist eine Seuche ausgebrochen. Das Wasser ist faul und stinkt. Und die Leute sterben weg oder sind schon abgehauen. Das Ganze hat angefangen, als diese vornehm gekleidete Dame die Burg oberhalb des Wasserfalls bezogen hat. Nicht, dass ich da jemandem was unterstellen will, aber seltsam ist es schon. Und sympathisch ist mir die Gute auch nicht. Die hat einen Blick. Da gefriert euch das Blut in den Ahren, sage ich. Eine vornehme Dame, sagst du, mit furchterregendem Blick? Haben wir nicht schon als Kinder so manchem strengen Blick standgehalten, du und ich, Dario? Nun, Freunde, mir scheint, wir müssen auch diese Burg und diese Dame mal näher unter die Lupe nehmen. Ich habe da so einen Verdacht. Ich finde es ein bisschen erstaunlich, dass die Leute anscheinend nicht wissen, wie ihre eigene Gräfin aussieht. Jupp. Aber gern. Wird erledigt. Ah, ohne... Ohne Pilgrim wird es schwierig. Ja. Wir können Konstruktionen mal erforschen. Ihr habt nicht genug Thaler. Dann können wir relativ früh ein Sägewerk bauen. Natürlich. Na gut. Ja, mein Gott. Wie ihr wollt. Wieso geht ihr zwei schon wieder unterschiedliche Wege? Warte, wir waren nicht mit dem Einsiedler besprochen. Heureka! Ja! 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 Ich habe von einem merkwürdigen Zwerg gehört, der sich im Osten aufhört. Seine Stimme ist plötzlich ganz anders. In einer kleinen Stadt mit dem wohlklingenden Namen Verino. Gegen einen kleinen Tribut zeige ich euch gern den Weg. Es gibt zu wenig Bitten in Neumreich. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Es scheint, sofort, in Ordnung, so gut ich kann. Wenn's denn sein Bus... ...wird erledigt. Oh, wieder gelb. Ich spiel doch die ganze Zeit als gelb. Nur mal mit dieser Gelbton nicht gefällt. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Aber gern. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es ist Zahltag. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. So, wo kriegen wir die zweite runter? Da ist nicht am Anfang eine andere Farbe. Nö. Hatte ich nicht. Na... Ihr macht da mal... Ja, in Ordnung. Ähm, ihr lauft einfach durch die Palisaden durch. Sehr wohl. Wie ihr wollt. Ah, seid gegrüßt. Wir haben euch bereits erwartet. Man nennt mich Tugor den Aufrichtigen. Ich gehöre zu Aris Männern. Und ich kann euch auch verraten, wo unsere Anführerin verschwunden ist. Sie kam vor einigen Wochen hier mit einem Mann namens Pilgrim vorbei. Und wollte im Auftrag der Gräfin Morfischee die Ländereien hier besichtigen. Wie ihr bestimmt wisst, hat sich hier eine Seuche ausgebreitet. Ari wollte den Leuten helfen. Doch noch bevor sie das verseuchte Dorf erreichten, wurden die beiden von Soldaten überfallen und in die Feste oberhalb des Wasserfalls entführt. Soweit wir herausfinden konnten, werden die beiden dort seither gefangen gehalten. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Aber wir wollen euch helfen, unsere Anführerin wieder zu befreien. Gegen einen kleinen... ...Unkostenbeitrag, versteht sich. Darauf können wir in diesen schweren Zeiten leider nicht verzichten. Wenn ihr uns unsere Kosten ersetzt, werden unsere Männer je einem eurer Helden folgen und mit ihm in den Kampf ziehen. Hoffen wir, dass es uns gemeinsam gelingen mag, Ari und Herrn Pilgrim aus den Händen dieser Banditen zu befreien. So, man wechselt die Bandit, man braucht einen externen Patcher dafür. In Ordnung. In Ordnung. Ja. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Wie ihr machen als der Sch interviews Zoo. Wie ihr wollt, wie ihr wünscht, mein Herr. Sehr wohl. So gut ich kann. Sehr wohl. Wie ihr wollt. Natürlich. Ja, mein Lord. Freunde, gut euch zu sehen. Ihr glaubt ja nicht, was geschehen ist. Als Ari und ich hierher kamen, um uns ein Bild über die Not der Menschen zu machen, gerieten wir plötzlich in einen Hinterhalt und wurden von einer Bande Soldaten entführt. Die haben uns zu einer alten Burg auf der anderen Seite des Flusses gebracht und dort in einen Kerker geworfen. Nach einem Verhör konnte ich fliehen, aber Ari musste ich schweren Herzens zurücklassen. Durch unzählige Schluchten bin ich geirrt und durch den Fluss geschwommen. Schließlich kam ich hier nach Verino, wo mich die Leute vor den Soldaten versteckt hielten. Nun, da auch ihr hier seid, sollten wir gemeinsam zur Burg hoch und denen mal ordentlich den Marsch blasen. Ich wüsste doch zu gerne, wer hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Wir sollten schnellstens Ari da rausholen. Die Arme wird doch bestimmt noch festgehalten. Ich habe ein Problem mit dieser Plotline. Ich finde, wir sollten hier auf Ari treffen und dann Pilgrim befreien. Weil ich finde es ein bisschen schwierig zu glauben, dass die geschickte Diebin, die bestimmt schon aus zig Gefängnissen geflohen ist, da nicht rauskommt alleine, plötzlich total inkompetent ist. Aber sie muss jetzt halt die Maid in Nöten sein. Und das Ding ist, dadurch, dass sie hier ist, ändert halt nichts. Weil theoretisch hat Maria dem Offizier jetzt Dario an den Eiern und sie nutzt es nicht. Ich bin sicher, dass die Ursache des Übels in der Burg da oben zu suchen ist. Nur, wer würde sich schon dort hintrauen? Die Burg ist gut bemacht und die Soldaten sind wild und brutal. Ja, Ari könnte auch leicht... Also, Ari traue ich auch eher zu, dass sie stürmen kann als Pilgrim. So, das hier ist einfach jetzt gerade nur... Ari muss die Maid in Nöten sein, statt mal vielleicht das Umgekehrte zu machen. ...was viel besser für den Plot funktioniert hätte. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich kürzlich beobachtet habe. Da haben doch wirklich ein paar Seeräume ihrer Schätze hier in der Erde verbunden. Und dann mit mächtigen Felsen zugedeckt. Und dann sind die Burschen nach Norden in die Berge verschwunden. Erst mal den Plot umschreiben. Oh, das Bibel-Bubit schön, was das angeht. Aber mir fehlte die Kraft dazu. Naja, vielleicht wollt ihr ja euer Glück versuchen. Wobei, so stark sieht ja auch wiederum nicht aus. So, streng erstmal bitte die Schächte frei. Ja, ja, wenn's denn sein muss. Nichts lieber als das. Gut, gut. Schwefel zu verkaufen, billiger Schwefel. Ach, edler Herr, ihr braucht doch bestimmt Schwefel, oder? Ich habe beste Ware. Und ich bin der einzige weit und breit, der überhaupt noch was von diesem kostbaren Stoff verkauft. Bestimmt hat ein gebildeter und technisch versierter Edelmann wie ihr Verwendung für Schwefel. Hab ich recht? Man sagt, dass man damit, wenn man es richtig anstellt, sogar das Wetter ändern kann. Solche Sachen wiederum geben mir sogar das Gefühl, dass auch einige Missionen ursprünglich in einer anderen Reihenfolge kommen sollten. Wie ihr wünscht, mein Herr. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Wie ihr wollt. Pilgrim, was tust du? Du sollst hier rüber. Oh, da ist die PAF. Die haben wir ja lang nicht mehr gesehen. Jetzt beteiligt sie sich auch noch an Kriegsverbrechen. Fertig, Meister. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Einer eurer Helden wird angegriffen. Fertig. Ja, aber es wirkt halt, finde ich, so, als hätten sie dem Spieler nicht zugetraut, dass er durch Norfolk, durch die Part einfach weiß, dass er das Wetter ändern kann und vielleicht auch muss. Ist hier auch ein Schaft oder sieht das nur so aus? Also, im Wald gibt es hier jede Menge. Wie ihr wünscht. Ja, ja. Ja, ich find's, es ist ein bisschen zu offensichtlich. Das gibt ein feines Feuerwerk. Nach dem Motto, wir müssen sicher gehen, dass der Spieler nicht nachdenken muss. Es ist Zeit, Tag. Geschafft. Ja, so gut ich kann. Fertig, Meister. Aber hier gab's doch auch noch irgendwo einen Siedlungsplatz, meine ich. Hier unten. Sonst sind wir gleich am Limit. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Sehr wohl. Ja. Ja, mein Gott. In Ordnung. Ja? Wie ihr wünscht. Ja, so ein Eisenschach, der sogar schon frei ist. Ja, ja. Natürlich. Ja, Alright. Ja, hey. Okay, dann schau dich hier mal um. 1000 Kara für 2000 Schwefel. Das ist sogar gar kein so schlechter Deal. Ich hätte schwören können, dass hier auch irgendwo ein Siedlungsplatz war. Es gibt nicht genug zu essen. So, ihr macht bitte mal frei. Soll ich dir sagen, was weiter da aus? Nee, ich finde das schon selber. Kann ja eigentlich gar nicht an so vielen verschiedenen Orten. Ich weiß halt nicht mehr, wie es hier war. Genau, hier ist noch... Das sieht auch sehr weird aus. Ich bin halt sonst echt immer ziemlich spät erst zum Dorf. Ach, die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Wird erledigt. Ja, ja. 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 Bei meinem ersten Mal hier war ich, glaube ich, war ich irgendwann mit meinen Helden hier eingeschlossen und habe dann irgendwie zig von Pilgrims Kanonen platziert, damit einfach nur niemand an die Helden rankommt. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? All eure Wohnhäuser... Unter Projekt HGLG läuft es nicht mehr. Es läuft jetzt unter dem Projekt namen, äh, Colonia Prima. Und all eure Siedler versorgen zu können. Gut. Hier. So. Den Schatz holen wir uns mal. Das gibt ein feines Feuerwerk. Ja. 2000 Taler. Sag ich nicht nein zu. In Ordnung. Eine neue Technologie ist erforscht. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ausbau abgeschlossen. Fertig. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Aber gern. Ja. 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 Der Tag der Abrechten. Steuern und Sollte werden gezahlt. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ich hab getan, was ihr wolltet. Wie ist das eigentlich, wenn man mehr als eine Hochschule hat? Kann man dann zwei Technologien nebeneinander erforschen oder arbeitet zusammen an einer? Ja. Ja. Ja, ist gut. Moment. Hier ist noch ein Felsen. Ich will mehrere gleichzeitig. Spawn die nicht irgendwo hier drüben? Spawn die nicht irgendwo hier drüben? Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Hm. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Nichts lieber als das. Das. Ich will nicht auf Schwertkämpfer gehen. Das wird zwar verlustreich sein, aber zumindest noch nie gut Damage. Befreien wir mal das Dorf. Hier ist, wie versprochen, die Verstärkung. Die Männer werden stets Herrn Erek folgen. Viel Glück. Habt vielen Dank. Hier ist, wie versprochen, die Verstärkung. Die Männer werden stets Herrn Salim folgen. Alles Gute. Fertig! Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Alles weg. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Was will ich das? Die sind auch hochrangig, ne? Ich hab die Symbole vorher nie bemerkt. Gut. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ausbau fertig. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Vorsicht, Kameraden! Feinde haben ein Held attackiert. Das Gebäude ist ausgebaut. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Perfekt! Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Beheh euch, ihr Ungläubigen! Angriff! Angriff! Für das Volk! Aber die Kanonen hauen finde ich nicht genug rein. Und ich glaube, das sind ja schon extra die Gegengebäude. Ihr habt es so gewollt! Wie ihr wünscht, mein Herr. Feinde haben einen Held attackiert. Das waren auch so Soldaten. Das sind nicht meine. So gut ich kann. Für das Volk! Es regnet. Der Sieg wird unser sein! Es ist Zahltag. Nieder mit Ihnen! Ihre Reichweite ist viel zu gering. Sie sind nicht vervölkerungs-Effizien. Ihr schadet, das bin ich besonders hoch. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Bisschen Ordnung. Wird erledigt. Natürlich. Aber gern. Auf Sie! Natürlich. So, holt das Eisen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt feiern? Ach, hier sind die Eisenkanonen gegen Infanterie. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass die mir die Gebäudekanonen gegen... Ja, ich hatte im Kopf, dass die großen... Abschnitt ist nicht die kleinen, ja. Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Okay, wenn es die gegen Infanterie ist, dann habe ich nichts gesagt, aber... Ja, der Sommer kehrt zurück. So gut ich kann. Fürchtet die Wunde nicht länger. Ja, ja. Wir müssen jetzt zumindest schon mal ihre Einheitenproduktion hier unterbunden haben. Da ist es auch okay, dass die gekauften Truppen jetzt fast alle schon wieder hinüber sind. Warte, konnte ich mit dem Kanonengießer nicht interagieren? Da war was. Buch Pilger ist gar nicht dabei. Alles zuckt und zwickt und tödlich ist es auch. Ihr müsst versuchen, diese Seuche irgendwie in den Griff zu bekommen und uns zu helfen, edler Herr. Bitte. Alles fing an, als sich Gräfin Morphichet oben in der Burg einquartiert hat. Bestimmt will sie uns dafür bestrafen, dass wir uns nicht ihr und diesem üblen Mordrett angeschlossen haben. Marie de Morphichet, also doch. Ich habe es geahnt. Sie also steckt hinter diesem Elend hier. Sie hat den Fluss vergiftet, um die Menschen dafür zu strafen, dass sie sich nicht auf die Seite des Bösen geschlagen haben. Diese Natter. Nun, mich düngt, dann sollten wir sie auf ihrer eigenen Burg aufsuchen und ihrer habhaft werden. Wenn wir die Feste angreifen und niederbrennen, dann wird Marie de Morphichets letzte Stunde geschlagen haben. Angriff! Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ah, pappp. Lehm, äh, nicht Lehm, ist Schwefel. So. Türme haben die Rüstungsgasse, äh, ist das, der Gebäude nicht. Das erklärt, wieso Türme so wenig aushalten. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ja. Ja, mein Gott. Angriff! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ja, ist gut. Ich hab ein Problem mit dem, dass wir immer noch nur einen Lebensschacht haben. Da ist noch eine Kiste. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Auf sie! Wie war das? Ich glaub, durch Tribut erhaltene Rohstoffe kann man veredeln, richtig? Fertig, Meister! Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ausbau vollbracht. Wieder mit ihnen! Es war nichts drin. Boah, ist das Spiel, ne? Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Ja! Gut! Ja! Ich hab getan, was ihr wolltet. Es hängt wohl immer von... Okay. Also es ist gar nicht konsistent. Schön. Die Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Na gut. Ja. Jawohl! 150 Thaler. Ja, danke für nix. So. Hahaha. Das gibt ein feines Feuerwerk. Wenn ihr meint... Na gut, wir brauchen die Eichenmistenhütte ja sowieso. Aber gern... Na gut. Natürlich. Nichts lieber als das. Okay, ja, wir können's veredeln. Dann tun wir das auch. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Sehr wohl. Dario, sprich mit dem Händler. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Ach, lasst mich. Seit meine Frau an der Seuche gestorben ist, weiß ich nicht mehr weiter. Und alles nur, weil wir uns niemals dieser Gräfin Morphiché und diesem Thronräuber Mordred unterwerfen wollten. Er weiß nicht mehr weiter. Ja. Das mussten wir jetzt unbedingt wissen. Gut. Fertig. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es ist Zeitag. Es ist Zeitag. Einige Truppen sind im Anmarsch, aber wo? Ich hab getan, was ihr wolltet. Kann doch gar nicht sein. Das könnte ein bisschen lauter werden. Ich hab doch extra das zerstört. Hunden, okay. Sehr wohl. So gut ich kann. Wusste ich doch, dass da was war. Ausbau abgeschlossen. Was ein schöner Tag. Aber ich habe die Vibration, also muss ich trinken. Ja. Aber wer trinken gibt, ist immer noch ein Mysterium. So, hier drüben haben wir Feisemiloran. Fertig, Meister. Aber auch die Seuche, das hat auf uns überhaupt keine Auswirkung, was man alles hätte machen können, wenn es eine Nahausmechanik gibt und hier die Böden vergiftet wären. Das Gebäude ist ausgebaut. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. Fertig, Meister. Fertig, Meister. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben... Hier gefällt es mir. Das Gebäude ist ausgebaut. Zahltag. So, dann möchte ich aber auch eine Kirche haben. Fertig. Das Gebäude ist ausgebaut. Ausbau fertig. Okay, wir haben noch nicht die Uhr erforscht. Und dann... Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... Dach, Chef. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. So, wir holen noch ein bisschen Lehm. Ja, ich finde halt, Bauernhöfe sollten nicht mit Siedlern interagieren direkt, sondern sie müssten halt auf grünem Land platziert werden, produzieren Nahrung und Nahrung wird halt konsumiert, wenn die Siedler in ihre Häuser gehen. Wenn sie keine Nahrung haben, dann sinkt halt die Produktivität. Auch Wetter. Also, ich finde zum Beispiel, dass die Motivation sinken sollte, wenn die Siedler bei Wind und Wetter draußen sein müssen. Also, dadurch, dass das fehlt, kommt das hier mit der Seuche halt überhaupt nicht rüber. Oder auch in Claycourt, als es hieß, die ganzen Äcker sind abgewandelt. Ich bin so... Ist doch völlig egal. So, ich kann meine Bauernhöfe doch eh einfach hier irgendwo hinsetzen. Die machen ja nicht mal alibimäßig irgendwie Feldarbeit. Die Ausbau ist richtig müde. Ja, aber man will sie ja nicht ausbauen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Der Handel ist beschlossen. Es gibt nicht genug zu essen. Ausbau fertig. Fertig. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Ein Platz mehr, weil der zweite wird ja von Bauern gebraucht. Das heißt, das ist auch nicht völkerungseffizient oder so. Aber jetzt überlegt mal, wenn der Bauernhof ausgebaut werden könnte zur Mühle, dadurch erhöhte Produktion hat und statt dem Gutshof bekommt man die Bäckerei als Veredelungsgebäude für Nahrung. Mit Alt und Mausrad. Ja. Boah, das wird... Hab ich aber auch noch nie benutzt. Aber cool, dass es... Ich meine, es ist cool, dass es geht. Ja, Alt und Mausrad. Tatsache. Ausbau abgeschlossen. Der Handel ist beschlossen. Forschung abgeschlossen. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Das Gebäude ist ausgebaut. Sie schabbert. Ja. Sie schabbert. Geht halt immer so um 90 Grad. Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Steuerung oder Shift? Was? LOL. Ach, du Scheiße. Wusste ich auch noch gar nicht. Fertig? Hier bleib ich gern. So, ihr holt die Steine. Hier bleib ich gern. Wüsste die DLCs auch spielen. Ja, aber das werden separate Videos. Aber die Erweiterung habe ich auch nie komplett gespielt. Die Erweiterung. Was hast du gedreht? Ach, hat er die Drehung jetzt? Oh, der hat die Drehung beibehalten. Das wusste ich jetzt nicht, dass er die Drehung beibehalten hat. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Zahltag. Fertig, Meister. Aber gern. Ja. Gut, das ergibt auch, warum ich die vorhin nicht hinbekomme. Aber ich merke es. Das Blocking wird dann richtig scheiße. Natürlich. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Bank keine Technologien bekommen hat für ihren Zinseffekt oder für die Steuern oder so. Ausbau abgeschlossen. Jetzt seht, seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar hoch. Die Steuern sind untragbar hoch. Meine ganzen Leibeigener sind alle so verstrollt. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ausbau fertig. Wäschereien und Schiffe fehlen. Ja, Wäschereien wären auch cool. Schiffe sind halt so ein Ding, also da kann ich irgendwie verstehen, dass sie sich nicht darum bemüht haben, weil sie damit bisher nie Erfolg hatten. Aber ja. Es beginnt zu regnen. Es ist auch die Frage, wie hätten Schiffe mit dem Wetter interagiert. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Betrachtet die Sache als erledigt. Wie ihr wünscht. Ich bin fertig hier. Weil das, was schiffe ich auf der Verein anklang. Ich sage ja, das äh, das Spiel ist vielleicht 80 Prozent von dem, was es sein sollte. Also, auch steuern. Das fühlt sich an wie das Skelett von einem größeren System, was sie nicht fertig bekommen haben. Ich habe auch gestern rausgefunden, dass, äh, ich hatte ja diese Vermutung, als wir in Crawford waren, dass Regent Dorfbar war, weil sein NPC-Modell so unfassbar detailliert ist, dass sie mit ihm mehr vorhatten. Und in den Spieldateien habe ich tatsächlich gestern noch den Button gefunden für hier oben. Also er sollte mal ein Held sein. Wenn er nicht vielleicht sogar der erste Entwurf für Dario war. Weil die beiden sehen sich sehr ähnlich und nehmen auch die gleiche Körperhaltung ein. Gibt es irgendwie eine Seite, wo solche Sachen zusammengefasst sind? Ja gut, also bevor ich dann ins Video Sachen reinpacke, die eigentlich schon jeder weiß. Aber ja, das erklärt eine Menge. Also sein Design ist, finde ich, auch viel interessanter. Aber er wirkt halt, finde ich, zu erwachsen für, also einfach zu alt für die Rolle von Dario. Wie läuft es mit der Create Mode in Minecraft? Wir haben noch nicht angefangen. Na gut. Ich bin ja noch hier beschäftigt. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Wenn es denn sein muss. Natürlich. Na gut. Ja. 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 Es funktioniert, finde ich, halt einfach nicht. Ja. 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 Was war ich deswegen damit schon beschäftigt? Äh, ne, ich habe es nur gestern installiert und muss das erstmal zum Laufen kriegen. Und da wirst du dir auch erschlagen mit Add-ons. Fertig! Fertig! Fertig, Meister! Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. So, mehr Uhren von hier hinten, wo sie nichts bringen. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Komm, ich will Vision hier drüben haben. So, wir brauchen immer noch eine Schmiede. Alltag! Können wir aber hier drüben bauen. Fertig! Wenn wir Platz hätten. Aber gern! Wird erledigt! Fertig! Ich hab getan, was ihr wolltet. So, ihr macht da bitte hier frei. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ah, da ist noch ein Siedlungsplatz. Aber da wären wir ohne Wetter auch gar nicht hingekommen. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Okay, aber da müsste man ja schon Wettertechnologie mit einem... ...Abend machen. Mit nur einem Dorfplatz. Fertig! Fertig! Meister! Fertig! Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Feinde haben einen Held attackiert. Ja! Wie ihr wünscht. Kann man nur sorgen, dass wir vielleicht angegriffen werden, wenn ich Winter mache. Es ist Zahltag. Ausbau vollbracht. Was war hier drüben? Eine neue Technologie ist erforscht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Der Winter kommt. Maximal, wir kommen zum Stream. Maximal, wir kommen zum Stream. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja. Sehr wohl. Wie ihr wollt. Wenn's denn sein muss, ist in Ordnung. Eine neue Technologie ist erforscht. Ja! Natürlich! In Ordnung. Wie ihr wünscht, mein Herr. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Was bringen die Objekte? Die bringen Motivation. Und dann arbeiten meine Siedler längere Schicht. Die beziehungsweise... Veredlung ist auch effizienter. Also du kriegst pro Teil mehr raus. Weil die nur am Anfang ihrer Schicht halt sich einmal Rohmaterial holen und dann... ewig damit weiterarbeiten können. Fertig! Ähm, wieso sind meine ganzen Leibeigenen hier drüben eigentlich nicht angekommen? Huch! Der Feind attackiert eure Siedlung. Was ist das denn? Ach so, die kommen von da oben. Und dann sind sie von meinem Leibeigenen weggelaufen. Und dann sind sie von meinem Leibeigenen. Und dann ist sie von meinem Leibeigenen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Aber alas, ich bin der Gehydratante. Sofort. Ja, ja. Ja, ja. So gut ich kann. So gut ich kann. Okay, wir gehen da nicht rein. Wir haben einen Held attackiert. Fertig, Meister. Fertig, Meister. Seid gesegnet. Fertig, Meister. Es ist Zeittag. Ha, die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Aber gern. Euer Dorf wird angegriffen. Was ist denn das bitte für Angriffsmuster hier? Fertig? Fertig? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt nicht genug zu essen. Fertig, Meister. Fertig. Fertig. Wenn's denn sein muss. Fertig. 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 Auf sie! Fertig. Fertig. Angriff. In Ordnung. Ihr habt es so gewollt! Fertig. Und dieses Bedarfss undergelacakt Neitheridos因为便宜. Und intelies ist hier am chillen. Fertig. Fertig. So, fahrt. Ja, heulich da. So, ich will jetzt auch mal gerade die Belagerungskanone ausprobieren. Er hat sicher bereuen. Ich finde Extreme Mode einfach nicht schön, weil ich finde ich sehr stark darauf angelegt, dass man Exploits nutzt. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt nicht genug zu essen. Blau doch Kanonentürme. Ja, aber die muss ich ja auch... ...die muss ich vorher bauen müssen. Jupp, jupp. Biss in Ordnung. Nichts lieber als das. Biss in Ordnung. Biss in Ordnung. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Fertig, Meister. Ich hab getan, was ihr wolltet. Der Feind attackiert eure Siedlung. Ja, ist gut. So, aber dann sollen sie sich an den günstigen Gebäuden hier festbeißen. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ausbau abgeschlossen. Der Tag, der Alarm ist beendet. Fertig, Meister. Gebt Acht. Euer Dorf wird angegriffen. Es gibt nicht genug zu essen. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Geschafft. Ausbau voll. Dann müssen wir uns die Schmiede ausbauen. Ausbau voll. Ein Kanonengießer nimmt seine Arbeit auf. Ihr werdet angegriffen. Kein Problem. Fertig, Meister. Natürlich. Natürlich. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Ausbau kalt. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Bis in den Tod. Ausbau abgeschlossen. Gebt Acht. Euer Dorf wird angegriffen. Auf in den Kampf. Eine neue Technologie ist erforscht. Ausbau kalt. So, baut das mal alles wieder auf. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, Ausbau fertig. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Fertig, Meister. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Bis in den Tod. Nur Mut. Wir werden sie... Anlo, es geht mal hin. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Ähm, ist das bei den Schwertkämpfern auch so, dass man die erst auf der niedrigen Stufe bauen will? Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Weil die kosten ja so oder so immer einen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ausbau vollbracht. Fertig. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Das Gebäude ist ausgebaut. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ausbau vollbracht. Euer Dorf wird angegriffen. Eine neue Technologie ist erfolgt. So, sprecht mal mit Helias. Hallo, Freunde. Ich habe damit gerechnet, dass ihr kommt und hier auf euch gewartet. Es ist Marie de Morphichet. Sie ist an dem Elend hier schuld. Wie ihr wisst, war ich bei ihr geblieben, weil ich mir noch keinen rechten Reim auf die Ereignisse machen konnte. Man kann keine Mauern selber platzieren. Nun, inzwischen habe ich Informationen erhalten, die das Puzzle zusammenfügen. Morphichet hat seit langer Zeit mit Mordred und Kerberos gemeinsame Sache gemacht. Ihre Ländereien hat sie ausgebeutet und unterdrückt, um so beim Mordred gut dazustehen. Und um sich bei ihm mit Geld und Waffen eine hohe Position zu sichern. Nachdem dieses Dorf hier sich weigerte, sich ebenfalls Mordred zu unterwerfen, hat Morphichet von der Burg oberhalb des Wasserfalls aus Gift in den Fluss geleitet und damit die Seuche ausgelöst. Sie allein hat das Elend dieser Menschen auf dem Gewissen. Sie hält sich momentan in der Burg auf der anderen Seite des Flusses auf. Wir müssen sie dort stellen und dieser Schand hat ein Ende bereiten. Wie oft wurde uns jetzt gesagt, dass es Morphichet ist? Wie oft wurde uns jetzt gesagt, dass wir das Wetter ändern müssten? Der Sommer steht kurz vor der Tür. Na gut. Das Gebäude... Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar hoch. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Euer Dorf wird angegriffen. Es wird wieder wärmer. Die dicken Wände können nun weg. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ausbau vollbracht. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ja, mein Herr. So, baut mal hier einen Aussichtstum. Ja, ja. Einfach was wirklich. Natürlich. Ich kenn die Kampagne komplett. Also die vom Hauptspiel. Ich weiß, dass es Marie-Laure Moffiché ist. Aber wir haben jetzt irgendwie von zehn verschiedenen NPCs gesagt bekommen, dass sie es ist. Oder dass es eine Frau ist, die ihr sehr ähnlich sieht. Also, ja. Nö, aber ich kann ein paar Leute heilig sprechen. Durch die Priester. In Ordnung. Ja, Herr. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Leert sie das Fürchten. Angriff. Hör doch auf, dass sie jetzt so kitzeln. Kein King-Shaming hier. Wir haben neue Technologie erforschen lassen. Wir kümmern uns darum. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Fertig, Meister. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlauft. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Und viel mehr Eisen. Nichts lieber als das. Wird erledigt. Aber gern. Sicher? Natürlich. Ne, meinst du ist ein Stein? Ja, schwere Kaballerie ist auch eine Alternative. Ja. 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 Das ist gut. Ja. Ja. Der Weg in die Berge ist seit Monaten durch einen Steinschlag versperrt. Wie ihr wünscht. Achtung. Gleich macht es Rams. Das kann ich. Ja, mein Herr. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Jawohl. Okay, Pilgrim, Cooldown, The Game. Dafür sind wir genau die Richtigen. Fertig. Es ist Zeitzeit. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Ja. Abgemacht. Herrisch. Keine Angst, ich verstehe was davon. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Betrachtet die Sache als erledigt. Ja? Fertig. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Das Gebäude ist ausgebaut. Ein Held ist in großer Gefahr. Das Wetter wird umschlagen. Regen steht uns bevor. Uah. Wie ihr wünscht. Wenn ihr meint. Ja, Milo. Gern. Wie ihr befehlt. Ja, ist gut. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wie ihr wünscht. Es beginnt zu regnen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Gut. Ja, ist gut. Wenn ihr meint. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Betrachtet die Sache als erledigt. Der Handel ist beschlossen. Fertig. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Attacke. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Fürchtet die Wunde nicht längst. Eure Arbeiter bezahlen ihre Stoffe. Hochwerdezucht habe ich gar nicht erforscht. Nichts lieber als das. Wird erledigt. Natürlich. Wird erledigt. Ja. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. So gut ich kann. Ja, mein Gott. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Fertig, Meister. Feinde haben einen Held attackiert. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ich freue mich ja über die, äh, das Eisen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Feinde haben einen Held attackiert. Es gibt nicht genug zu essen. Ich hab getan, was ihr wolltet. So gut ich kann. Ihr habt es so gewollt. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ist Kavallerie anfällig gegen Türme oder macht sie nur keinen Bonus dagegen? Weil wenn ich sowieso auf Nahkampf gehe, macht es ja Sinn, auf schwere Kavallerie zu gehen eigentlich. Einfach, weil sie schneller sind. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Ja. Das wag ich nicht. Ja, ja. Ja, dann nehme ich die, damit sie mit den Helden mitlaufen können. Und Schwertkämpfer in Linienformation. Sehr wohl. Keine Angst, ich verstehe was davon. Ja! Natürlich. Ja. Der Feind attackiert eure Siedlung. Wird erledigt. Jupp. Wenn's denn sein muss. Es ist ein Zahltag. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Sicher? So, Speedbuilding hier. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ausbau vollbracht. Fertig. Fertig. Euer Dorf wird angegriffen. Ausbau fertig. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ausbau abgeschlossen. Das Gebäude ist ausgebaut. Das Gebäude ist ausgebaut. Der Feind attackiert eure Siedlung. Es gibt nicht genug zu essen. Das Gebäude ist ausgebaut. So, dann müsste das hier schon mal wesentlich safer jetzt sein. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlauft. Ja, mein Herr. Macht sie nieder. Ausbau fertig. Ausbau abgeschlossen. So. Ihr geht hier lang. In Ordnung. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ihr werdet angegriffen. Es gibt nicht genug zu essen. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. So, das bauen wir wieder auf. Das ist Wuche. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Aber gern. Wir erledigen das. Dafür sind wir genau die richtigen. Typische Eiseneco, ja. Das ist der Plan. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Forschung abgeschlossen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Ausbau fertig. Wie ihr befehlt. Fertig, Meister. So, was noch, Schwertkämpfer? Dann. Die Rüstung. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ihr arbeitet schon mal vor. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Gern. Wird gemacht. Euer Wunsch ist mir befehlen. Das kann ich. Wird gemacht. Forschung abgeschlossen. Wir erledigen das. Das ist Wuche. Unverschämtheit. Hier zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Das ist Wuche. Seid ihr noch? Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Wir erledigen das. So, damit ist unsere Bevölkerung auch ziemlich voll. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Hand drauf. Heureka. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Boah, wieso ist das so schlimm? Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ah. Einfach nur mal alle Schwertkämpfer reaktieren. Es ist Zahltag. Mehr will ich doch gar nicht. Wir erledigen das. Forschung abgeschlossen. Ähm. Achso, weil gerade Wetterwechsel ist, ne? Es regnet. Schwerties Level 4 haben wir schon. Wird gemacht. Der Winter kommt. Sofort. Ja, mein Herr. Bis in den Tod. Attacke. Feinde haben ein Held. Also viel Damage ist das hier auch nicht. Macht sie nieder. Leert sie das Fürchten. Salim wurde überwältigt. Ergreift sie. Für Ruhm und Ehre. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Dario wurde überwältigt und liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld. Leert sie das Fürchten. Auf in den Kampf. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wir erledigen das. Ein Held ist im großen... Ja, Bogenschützen sind halt echt. Macht sie nieder. Einfach besser hierfür. Ja. Dafür, dass die Belangungskanonen nicht gut gegen... ...Infanterie sein sollen, hauen die gut rein. Angriff. Also das schaffen sie. Ergreift sie. Leert sie das Fürchten. Wir erledigen das. Bis in den Tod. Eure Arbeiter bezahlen die Stolz. Wir erledigen das. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Angriff. Achtung. Das kann ich. Ja, Herr. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wie ihr befehlt. Dafür sind wir genau die Richtigen. Seid unbesorgt. Jawohl. Wir kümmern uns darum. Ich tue mein Bestes. Einer eurer Helden wird angegriffen. Sprach Abraham zu Bebraham. Kann ich mal dein Zebra haben? Streitet furchtlos. Kommen die Gold mit Helias? Wow, das ist gar nichts gebraucht. Leert sie das Fürchten. Macht sie nieder. Für Ruhm und Ehre. Pilgrim liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Bis in den Tod. Wie ihr wünscht. Ihr werdet angegriffen. Seid unbesorgt. Ja, mein Herr. Gelb. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Das kann ich. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wird gemacht. Wenn ihr das nicht lasst, leg ich euch ein kleines Päckchen unter den Stuhl. Karam. Macht sie nieder. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Für Ruhm und Ehre. Macht sie nieder. Ergreift sie. Angriff. Auf in den Kampf. Jawohl. Feinde greifen euch an. Ich tue mein Bestes. Macht sie nieder. Wie soll ich mich konzentrieren? Mit ihr mich kitzeln. Ja. Gelb. Habt ihr die Hälfte hier gelassen, verdammt? Für Ruhm und Ehre. Also, Schwertkämpfer sind Überfliss. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Euer Dorf wird angegriffen. Ja, deswegen hatte ich ja Steuergruppen gemacht eigentlich. Wenn sie nicht jedes Mal aufhören würden, zu laufen, sobald ihr Ziel weg ist. Oh wow, sie haben einen der Türme wegbekommen. Wie ihr befehlt. Nur Mut. Wir werden siegen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ein Held ist in großer Gefahr. Elias liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Hinfort mit euch. Für die Ehre. Bis in den Tod. Erik war unterliegen und ist bewusstlos. Ergreift sie. Bald wird es wieder wärmer werden. Ihr werdet angegriffen. Angriff! 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 Attacke! Ja. Attacke! Seht nur, es klart auf und wird wieder warm. Angriff! So, Eriks Fähigkeit ist aber noch nicht wieder aktiviert, aber das sollte nicht lange dauern. Der Außenposten von Morphichet war zerstört worden. Damit war die Ursache für des Dorfes Verseuchung gefunden. Sie war in der Heldung. So manches Jahr hatte sie das Dorf ihren giftigen Stoffen ausgesetzt. Die Folgen waren entsetzlich. Niemals wieder sollte diese Frau eine Stellung innehaben, die ihr ein solches Handeln ermöglichte. Sie wurde enteignet und eingesperrt. glücklich hingegen war der Umstand, Ari wieder in der Heldengruppe begrüßen zu können. Darius' Freude, Ari wieder an seiner Seite zu haben, war unbeschreiblich. Niemals vorher war ihm bewusst gewesen, wie viel ihm an ihr lag. Ari, es ist gut, dass du hier bist. Ich wollte dich schon so lange etwas fragen. Sage mir, wann? Wann sahen wir uns zum ersten Mal? Es ist 284 Tage her. Ich erinnere mich wohl. Du batest mich, den Schlüssel zu finden. Und ich fand ihn. Diesen Schlüssel, den fandest du wohl. Doch meinen Schlüssel, den hast du nicht gefunden. Kennst du nicht die alte Weise? Ich trage mine mine, gar tief im Herzen min. Dort ist sie fest beschlutzen, mit einem Schlützelin. Gewiss, ich kenne sie. Doch du hast die zweite Strophe vergessen. Min lieb, es ist verloren, dein Herzens Schlützelin. So werd in dienem Herzen ich immer sie'n darin. Zusammen mit Ari und seinen Freunden sollte das nächste Ziel von Dario die Heimat seines Vaters, Old King's Castle, sein. Diese Kamerawinkel haben gerade nicht geholfen, aber ich weiß nicht, ob das nicht an der höheren Bildschirmauflösung liegt. Ich mache eine kurze Pinkelpause, dann machen wir weiter mit Old King's Castle. Bis gleich. Nach einigen Tagen strengen Marsches sahen die Freunde den Berg, auf welchem das Old King's Castle thronte, direkt vor sich. Das Schloss war an früheren Zeiten der Mittelpunkt des Alten Reiches und ein Garant seiner Sicherheit. Doch unter den ständigen Angriffen von Mordrets Horden hatte Old King's Castle stark gelitten. Heute, viele Jahre nach den Alten Kriegen, war die einst erhaben thronende Burg dem Verfall preisgegeben. Auf ihrem Weg hinauf zur Burg wurden die Helden plötzlich von einem heftigen Steinschlag überrascht, dem Ari und Helias, die das Ende der Gruppe gebildet hatten, nur knapp entkamen. Die mächtigen Felsen trennten sie jedoch von ihren Freunden ab und versperrten den Weg. Trotz aller Mühen konnten sie die Steinbrocken nicht beiseite räumen. Daher beschlossen, die Freunde sich aufzuteilen. Dario, Erek, Salim und Pilgrim wollten den Weg zum Castle fortsetzen und von dort Hilfe holen. Helias und Ari dagegen beschlossen, nach einem anderen Weg zu suchen. Ari und Helias werden es gemeinsam wohl richten. Wir aber müssen derweil weiter dahin, wo ich geboren war. Von dort regierte einstmals mein Vater ein glückliches Reich. Es ist jener Ort, von welchem alles seinen Anfang nahm. Die Burg soll, seit damals mein Vater hier ermordet wurde, verlassen und von Unkraut überwuchert sein. Nun, wir werden sehen. Auf! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich fürchte, Kerberos wird auch hier nicht lange auf sich warten lassen. Helias, als ich noch ein Kind war, hatte mich der alte Drago, bei dem ich aufwuchs, mit auf eine Reise zu einer kleinen, abgelegenen Bergsiedlung genommen. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das war hier irgendwo in der Gegend. Andala oder so hieß das Dorf. Ach, es ist alles schon so lange her. Aber was meint ihr, Helias? Bevor wir hier Wurzeln schlagen, wäre es einen Versuch wert, das Dorf zu finden, oder? Das ist eine gute Idee, mein Kind. Vielleicht gibt es das Dorf ja noch. Und es lebt dort auch jemand. Jemand, der uns helfen kann. Nun, wir werden sehen. Lass uns möglichst bald aufbrechen. So, wir machen erst den Siebelteil, damit die Gebäude schon mal produzieren können. Ich habe ein paar Probleme mit dem hier, weil dieser Stein sieht exakt so aus, wie die, die wir sonst wegsprengen können. Aber das geht nicht. Das war das Erste, was ich versucht habe damals. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir, wenn die beiden hier sterben. Weiß jemand, ob das was bringt? Wir können ja die Burg später wieder herstellen, aber ich glaube, das bringt gar nichts. Freunde, wir wollten hier auf unsere Anführerin Ari warten, um uns hier anzuschließen. Aber wo ist sie? Wir sehen sie nicht in eurer Gruppe. Was ist geschehen? Durch ein Unglück war sie von unserer Gruppe geschieden. Doch ist sie wohl auf und wird versuchen, einen anderen Weg zur Burg zu finden, gemeinsam mit meinem Ohrheim Helias. So, das ist schon mal ganz gut. Burgrestron ist nur fast optisch. Wir hatten da eigentlich eine tolle Gelegenheit, dass man damit dann 300% Motivation kriegt. Jetzt müsste man den Vergleich von den Steinen haben. Stimmt, die, ja, die Risse hier sind nicht so, sind so ein bisschen ausgeblichen, aber trotzdem. Das ist jetzt einfach Plot-Inconvenience. Was dem Spiel vor allem gefällt, war der Schwierigkeitsgrad. Ich sag ja, das Spiel hat, scheut sich, die Niederlagebedingungen zu präsentieren. Ja, hier, die Steine haben sehr markante Risse. Aber ich weiß, dass die Add-ons auch gut angezogen haben, was die Schwierigkeit anging. Hier fangen erst die letzten Karten mal gerade so ein bisschen damit an. Und was sie, finde ich, für Pilgrim hätten machen sollen, ist, dass, äh, seine Bombe so, keinen Cooldown hat, wenn er Steine oder Schächte freisprengt. Weil dann immer drauf warten, dass, äh, dass das wieder abkühlt, ist nervig. Ja, die Freispielkarten hatten das total, auch ein bisschen mehr in sich. Wobei, hier im Hauptspiel die Freispielkarten, ich hab die mir nochmal angeguckt. Also, wir werden noch ein paar von denen spielen. Aber einige von denen lassen dir ja sehr viel Raum, ob du friedlich oder komplett militärisch spielen willst. Was irgendwo gut ist, aber das Ding ist, Die Tungsplätze sind halt begrenzt. Ich will die alle haben. Das heißt, wenn ich die Wahl habe, bringe ich sie halt alle um. Gut, ja. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Ja, mein Gott. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ihr habt es so gewollt. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Lasst die Furcht von euch abfallen und kämpfen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Wie ihr wollt. Ich glaube, mit Nebel reichen. Da werde ich, wenn es da mit der Review soweit ist, auch einiges zuzusagen. Wo auch einfach die Stimmung eine komplett andere ist. Ist das die letzte Mission? Nein. Es gibt 15 Missionen. Das hier müsste die Elfte sein. Und ich denke mal, wir werden noch diese hier und die nächste spielen und dann die letzten drei Missionen im nächsten Stream. Ja, mein Gott. Ja. So gut ich kann. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ja. Muss man eigentlich überhaupt Telias und Aris Bestline machen? Ich meine, das Ende wird ein bisschen weird, wenn Ari nicht vor Ort ist, aber ich kann mich nicht erinnern, dass man da irgendwas als er das machen musste. Also wie weit das erforderlich ist. Du kannst ja auch das ganze Spiel über das stehen lassen. Das stelle ich mir für die Endszene sehr lustig vor. Amazing Chest Ahead 120 Tana, ja super. Wie ihr wollt. Sehr wohl. Ja. Es ist Zeit. Aber ich habe das Gefühl, dass sie hier mit so so Kalor die große Seuche und auch hier auch versucht haben, dass du nicht die ganze Zeit die volle Heldengruppe hast. Einfach weil die als allein zu sechs schon so eine kleine Armee ersetzen können. Gut. Wie ihr wünscht, mein Herr. In Ordnung. Wie ihr wünscht, mein Herr. Ein Schwefelschacht. Komm, wir sprengen den einfach schon mal frei, wo wir hier sind. Keine Angst. Ich verstehe was davon. Ja. Ja, mein Gott. Welche Karte kann man nur mit den sechs Helden gewinnen? Aber, aber das, das ist doch Dario. Seid ihr das wirklich? Cerons Sohn? Barmherziger. Ich dachte, ihr wärt schon lange Tod. Welche Freude, dass ich das noch erleben darf. Wer seid ihr, ehrwürdiger Greis? Kenne ich euch? Natürlich. Verzeiht. Ich kenne euch. Aber ihr könnt mich nicht kennen. Ihr wart ja damals noch ein kleines Kind. Ich bin Garik, ein alter Freund eures Vaters. Oft habe ich damals mit euch im Schloss gespielt, bevor, ach, jetzt lebe ich hier oben auf der Burg, alleine und zurückgezogen. Aber hört, Herr Dario, es ist eine glückliche Fügung, dass ihr hier seid. General Kerberos wurde von Mordred geschickt, um das Land und die Burg des alten Königs endgültig zu vernichten. Als wäre das noch wirklich nötig. Die Burg ist verfallen und die Leute unten im Dorf haben durch das Anhalten schlechte Wetter kaum mehr was zu essen. Und gerade da greift er mit seiner Armee an. Ihr müsst den Leuten helfen, Herr. Eilt ins Dorf und vertreibt die dunklen Truppen. Vertreibt die Truppen von Kerberos aus dem Dorf am Fuß des Berges. Seit vielen Jahren bewahre ich diese Rüstung eures Vaters auch. Er war ein großartiger König von eurer Stadt. Die Rüstung ist einzigartig und makellos. Sie wird euch gute Dienste erweisen. Nun, da ihr hier seid, solltet ihr sie an euch nehmen. So, das macht nur leider keinen statistischen Unterschied mehr, Dario, was ich ein bisschen schade finde. Und ich nehme einfach mal an, dass die Rüstung nur vergoldet ist, weil Gold sonst eigentlich viel zu schwer und viel zu weich wäre. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpft. Ja, weitere Räuber aus Aris Bande schließen sich euch an. Aber ja, Nebelberge kann man ziemlich friedlich gewinnen, das stimmt. werde ich aber dieses Mal nicht machen, weil ich es sonst immer so gemacht habe und deshalb möchte ich dieses Mal den militärischen Weg gehen. Weil der Siedelfahrt leider auch da es auf Tana hinausläuft eigentlich nur ein Timer ist. Ja, mein Gott. Ja, 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 mein Gott. So gut ich kann. Natürlich, so gut ich kann. Gibt es hier irgendwas, oben was? Ja, gern. Okay, nächstes nur an dem Lager vorbei. Dario ist wieder am Raven. Jawohl. Ja, wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, wird gemacht. Sehr wohl. Für das Volk! Für das Volk! Lasst mein Volk in Frieden. Der Tag der Zeit zerstört die Kanone. Steuern und sollt werden gezahlt. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Auf sie! Auf sie! Jetzt sollen sie sehen mit wem sie es zu tun haben. Nieder mit ihnen! Einer eurer Helden wird angegriffen. T hat Dario ihr habt es mit euren Freunden tatsächlich geschaffen. Das Dorf ist frei, hab tausend Dank. Durch den Einbruch des Winters können Kerberos Truppen uns nun aber von Westen über den zugefrorenen See angreifen. Wenn es gelänge, den Winter zu beenden und das Eis zu schmelzen, könnte man den Angreifer den Weg zum Dorf abschneiden. Bitte, ihr müsst uns helfen, das Dorf zu verteidigen. Wenn ihr es nicht tut, ich bin zu alt dafür. Hört, Herr Dario, euer Vater hatte einst Verteidigungstürme an strategisch wichtigen Punkten richten lassen. Diese wurden bei den Kämpfen zerstört. Aber vielleicht können die Dorfbewohner euch helfen, diese wieder aufzubauen. Auch würde mehr Sonnenschein den Bauern im Dorf helfen, endlich wieder gute Ernten einzufahren. Laber doch nicht! Euer Vater, Dario. Er hatte eine solche Nacht. Er konnte das Wetter beeinflussen. Wir brauchen relativ früh die Hochschule. Ja. Kann die Hochschule auch von Fünfeigen gebaut werden? Ich hatte im Kopf, dass das nur das Laufzentrum das kann. Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht? Natürlich. Natürlich. Ach, ne. So, du hilfst mit und wir reden mal mit den ganzen Leuten. Pilgrim, geh mal da lang. So, dann machen wir nochmal vier. Ich nehme auch immer nur vier, also ich muss tatsächlich sogar sechs, aber das musst du ja doch wissen, welche Gebäude du vorher bauen willst und die anderen zwei sind sonst die ganze Zeit nur rum eiern, das bringt ja auch nichts. Wird erledigt, es sei, wird gemacht, ja, jawoll, betrachtet die Sache als erledigt, ja, wird gemacht. Was treibt euch denn hier in die Gegend? Ich bastel gerade an neuen, tollen Maschinen, aber momentan will mir einfach nichts gelingen. Aber, aber wenn ihr braucht, ich habe etwas Schwefel über. Wollt ihr es haben? Ich verkaufe euch was. Zahltag. Zahltag. Wenn ihr meint? Ja, ist gut. So, die sind fast da. Hatte ich nicht vorhin. Hier seid ihr. Na gut. Schwefel gratis. Wo denkst du denn hin? So gut. Hier standen früher mal tolle Verteidigungstürme. Wenn die in Aktion waren, kam kein Feind mehr den Weg hier durch. Ach, das war noch Zeiten. Damals. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Es gibt nicht genug zu essen. Natürlich. Aber macht hier mal Platz. Perfekt. Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Jupp. Jaah. Jaah. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nicht mehr Platz. Leute, sollen wir Ari und Helias Questline machen, oder machen wir uns einen Spaß draus, dass wir die einfach doch stehen lassen? Eine Abtei, die steht doch bestimmt nicht ohne Grund hier. Ich weiß noch nicht mal, was hier in der Ecke alles war. Dorfzentrum? Wie ihr wünscht. Fertig, Meister. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Wird erledigt. Wie ihr wollt. Weil Mohammed es sei. Es sei. Betrachtet die Sache als erledigt. Dass mein Kalkuf mir durchlaucht. Ich ging das echt davon aus, dass die Frage irgendwann kommen würde. Es ist eine Anrede. Ich gebe mein Bestes. Jawohl. Jawohl. Wenn Gott es so will. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Natürlich. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Sicher. Ja, wenn ihr es für richtig haltet. Wenn ihr wollt. Sicher. Sicher. Wenn ihr es für richtig haltet. Natürlich. Wie ihr wünscht. Der Tag der Abrichtung. Ist die Gegend da oben safe? Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Natürlich. Gut. Wenn ihr meint. Weil der Kalkofe war relativ beliebt zu der Zeit. Beziehungsweise bekannt. Betrachtet die Sache als erledigt. Ich meine, wenn man dann auch, es war ja nur die Reihe, dass es Voice Acting gab, dass man dann auch zumindest ein bisschen namhaftes Talent da haben will, verstehe ich ja. Ich finde auch Kalkofe's Stimme hierfür nicht mal unangenehm. Ich finde dann nur seine Betonungen manchmal. Und das Material, das ihm gegeben wurde. Ist halt so manchmal so ein bisschen brrrr. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Wie ihr wünscht. Keine Angst. Ich verstehe was davon. Ja? Wenn ihr meint. Heureka. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Es ist Zahltag. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Zalim, wo bist du? Achso, der ist ja immer noch hier. So seid es. So kommt ihr uns nicht davon, freudige Hunde. Fertig, Meister. Na gut. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Einer eurer Helden wird angegriffen. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es ist nicht so ein obdachlose Siedler. Heureka. Heureka. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Salim! Hier gab es auch noch jede Menge Zeug, ne? Rücken kann man nicht bauen. Ähm, ihr macht Irren. Nebelreich. Das war eine der Sachen, die da dazu kam. Schon mal daran gedacht, ein paar Betten mehr zur Verfügung zu stellen? Ich habe nämlich keins. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Mehr Eisen, mehr Stein. Fertig. Genau, Brücken konnten auch nur an bestimmten Stellen gebaut werden. Deshalb war das leider auch nicht so cool, wie es klingt. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Wie ihr wünscht, mein Herr. Hier gibt's nix mehr zu holen. Fünftausend Taler und tausend Steine. Okay, ich hatte im Kopf, dass es 20.000 Gold nur waren. So sei es. Auf sie! Allah mit uns! Nein, durchlaucht das im Prinzip eine Anrede wie mein Lord oder so. Das passt schon. Lasset die Furcht von euch abfallen und kämpfen! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Also es war eine mittelalterliche Anrede für Adlige. Rettet euer Helden, wie ihr es könnt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, ist gut. Ihr habt es so gewollt. Ein Held ist in großer Gefahr. Abi und Heli hast du nicht vergessen. Ja, aber... Ich gebe mein Bestes. So gut ich kann. Wenn Gott es so will. Muss auf so viel gucken hier. Sehr wohl. Wie ihr wünscht, mein Herr. Kein Problem. Jupp. Und dann... Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Und der... Dach, Chef. Natürlich. Okay, es passt hier gar nicht rein, ne? Kein Problem. Dann machen wir es so. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ich gebe mein Bestes. So gut ich kann. Forschung abgeschlossen. Genau, den Schlüssel brauchten wir, ne? Ich erinnere mich. Spawn die Gegner nach. Wenn ihr wollt... Fertig, Meister. Fertig. Ergreift sie! Na gut. Wenn ihr wollt, sicher. Alle Bauernhöfe sind beliebt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächten. Da bleiben die jetzt einfach da stehen und... ...tun nichts. Ja, Helios könnte Gegner konvertieren. Ja, ich will ja, dass die auf Ari draufgehen, damit Helios in Ruhe arbeiten kann. Sicher? Natürlich. Wenn ihr es für richtig haltet, freilich. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Und jetzt sind sie so betört von Ari, oder wie? Freilich, wenn ihr wollt. So, ihr kümmert euch um Holz. Und ihr... ...baut hier Häuser. Wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Ihr werdet angegriffen. Freilich. Freilich. Wenn ihr es für richtig haltet... Auf sie! Ja, dann mach doch mal. Sicher. Wenn ihr es für richtig haltet... ...all eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Selbstverständlich. Natürlich. Ich gebe mein Bestes. Ihr wagt es. Freilich. Freunde, kommt zu mir. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. So, ich weiß nicht, ob Segner hier was bringt. Weil die haben alle nicht so viel... ...viel Rüstung. Es wird ein Moment dauern, das Schloss der Truhe zu knacken. Ihr habt einen Schlüssel gefunden. Natürlich. Ergreift sie! Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Folge der gerechten Sache und deine Söhne... Ja, jetzt gehen sie auf ihn drauf. Feinde haben einen Held attackiert. Natürlich. Natürlich. Ja, mein Herr. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? So, die rennen einfach weiter. So gut ich kann. Ja, mein Herr. Ja, gern. Ihr habt das Tor mit dem Schlüssel geöffnet. So. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Hier geht wieder Lehm sammeln. Wir brauchen möglichst bald... Nein, nicht Helias. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wenn Gott es so will. Natürlich. Wenn ihr wollt. Sicher. Freilich. Natürlich. Jawohl. So gut ich kann. Ich gebe mein Bestes. Feinde haben einen Held attackiert. Der Tag der... Sie gehen auf Ari. Steuern und Sollt werden gezahlt. Natürlich. Ja. Natürlich. Ich bin schon unterwegs. Salim wurde überwältigt. Natürlich. Oh, hat wenigstens noch den Convert durchgekriegt. Wenn Gott es so bin. Erik, was tust du denn? Die Frauenquote ist echt lieblich. 7 zu 2. Von den Helden. Und eine davon ist auch noch eine, die ihr eigenes Volk vergiftet. Und es wird... Zwar von der Menge her besser im Add-on. Aber... Nicht wirklich von der Qualität. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Yuki und Kala gab es ja im Add-on. Nur eine davon ist halt eine kannibalistische Hexe. Also... Uff. Und Yuki ist jetzt, glaube ich, auch nicht gerade Top-Tier-Writing. Der Bürgermeister von Andala wünscht, lieber mit Helias zu sprechen. Das ist eines der wenigen Male, wo die NPCs wählerisch sind. Ihr habt Fremde? Hier in dieser Gegend? Wer seid ihr? Gehört ihr zu den Schergen von diesem Kerberos? Dann lasst uns in Ruhe. Wir führen hier ein friedliches Leben und wollen das auch weiter so halten. Seid mir auch gegrüßt, edler Herr. Ich kann euch beruhigen. Wir gehören nicht zu den dunklen Horden, sondern stehen im Dienst eines jungen Edelmannes namens Dario, dem Sohn Kerons. Ich bin Helias, Bruder des alten Königs und Ohrheim von Dario, dem rechtmäßigen Thronfolger. Bei mir ist Ari, eine tapfere und edelmütige Heldin. Uns hat ein Steinschlag von unseren Freunden getrennt. So sind wir hier bei euch gelandet. Helias! Dario! Große Namen sprecht ihr aus, alter Mann. Doch wie soll ich wissen, dass ihr derjenige seid, als der ihr euch ausgebt? Zu viel Lug und Trug beherrschen inzwischen dieses Land, als dass ich euch ohne weiteres trauen könnte. Aber wenn eure Worte wahr sind, sollte es euch ein leichtes sein, sie mit einer Geste des Großmuts zu unterbauen. Ich schätze, 2000 sollten für den Bruder des großen Königs kein Problem darstellen, oder? Wenn ihr also unser Vertrauen gewinnen wollt, darf ich um diese kleine Spende bitten. Herr, in ihrer augenblicklichen Lage können Ari und Helias nichts weiter für euch tun. Sie können aber in Andala bleiben, bis ihr einen Weg gefunden habt, sie aus dem Tal zu holen. Konzentriert euch also besser auf eure anderen Aufgaben. Dass Ari auch anscheinend königlicher Herkunft ist, haben sie ja auch komplett wieder verdrängt. Ist aber, finde ich, auch besser so. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Kommt ihr das Gediet in Andala irgendwie vertraut vor? Ich hab da noch nie so drauf geachtet. Wir haben bereits einen Trupp losgeschickt, der jenen Steinschlag beiseite räumt, der euch den Rückweg versperrt. Damit könnt ihr eure Reise nun fortsetzen. Wir würden euch ja auch im Kampf gegen die Armee von General Kerberos helfen. Aber der Weg, der zu seinem Lager führt, ist erst nach dem Winter wieder passierbar. Wir sind bereits dabei, Truppen auszuheben und eine Armee aufzustellen. Jetzt, da der rechtmäßige Thronerbe unter uns fallt, wollen wir alles tun, damit er sein Erbe auch antreten kann. Dieser schändliche Mordrett! Sobald unsere Armee stark genug ist, können wir gegen seinen General Kerberos marschieren. Alles Gute auch für euch. Wir treffen uns auf dem Schlachtfeld. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Meinen Verbündeten soll nichts geschehen. Folgt mir, Brüder! Zahalim, wo bist du? Ähm, so, das Gebiet hier. Ja, aber nee, es klingelt gerade nichts bei mir. Ja, gern. Feinde haben einen Held attackiert, wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, wie ihr wünscht, mein Herr. Ja, das war mir. Musik Hier gibt's jetzt nix mehr. Wir haben alles abgebaut. Warford? Sehe ich jetzt aber gerade hier nicht. Das ist nun ausgebaut. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ausbau-Karte. Selbstverständlich. Nördlich des Banditen-Kermes. Ausbau vollbracht. Baut mehr Bauernhöfe, um all unsere Verlust zu können. Hier lässt es nicht mehr. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, es ist gut. Feinde greifen eure Häuser an. Nicht das Gemeindezentrum. Auf sie! Auf in die Schlacht! Auf sie! Ja, sie die... Angriff! Hallo, Akbar! Fertig, Meister! Du kannst das Bild ruhig mal reinschicken. Aber ich würde das jetzt dem Spiel nicht ankreiden, weil es, finde ich, jetzt nicht mega auffällig ist. Ja, ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Es ist soweit. Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Es ist Zeitag. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Marktplatz auf. Das Gebäude ist ausgebaut. So, wir brauchen einen Stein und wir brauchen einen Stiefel. Um all eure Siedler versorgen zu können. Hälpig! Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Ja, es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Nein, 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 Erik. Erik war unterlegen und ist bewusstlos. Wenn ihr das nicht lasst, lege ich euch ein kleines Päckchen unter den Stuhl. Komm! Wie ihr wünscht, mein Herr. Darius, guck, dass die da wegkommen. Sehr wohl, ein Held ist in großer Gefahr. Ja, mein Gott. Gut. So gut ich kann. Gut. In Ordnung. In Ordnung. Wie ihr wollt. Ja, mein Gott. Gut. Wie ihr wünscht, mein Herr. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Ich gebe mein Bestes. Ja, gern. Ja. 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 Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Der Tag der Abbrechung. Steuern und Sold werden gezahlt. Einer eurer Hilfen steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen. Auf sie. Der Sieg wird unser sein. Der Sieg wird unser sein. Ja. Ja. Das Erbe der Könige ist das Gegenteil von dem, was ein Siedler sein sollte. Und deshalb ist Schwefel auch nützlich. Angriff! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Auf sie! Die Hunde sind ein Schlag. Die Hunde sind ein Schlag. Wird erledigt! Wird erledigt! Und dann ist es ein Schlag. Gebt Acht, euer Dorf wird angegriffen. Lasst die Furcht von euch abfallen und kämpft! Hältst du! Na, das war ein teurer Spaß. Spürt meine Klinge! Auf in die Schlacht! Kein Problem. Hier gefällt es mir. Ich bin müde. Kann kein freies Bett finden. Wozu bezahle ich meine Steuern? Feinde haben einen Held attackiert. Der Handel ist beschlossen. Sehr wohl, ja. Ja! Ausbau abgeschlossen. So, stehendes Heer. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser. So, kriegen wir jetzt endlich mal Helias und Ari hier weg. Kann Helias bekehren, ohne dass die auf Angriffsmodus gehen? Nee, kann er nicht. Ja, mein Herr. Natürlich. So gut ich kann. Wenn ihr es für richtig haltet. Natürlich. Natürlich. Freilich. Na gut. Ich gebe mein Bestes. Wenn ihr es für richtig haltet. Jawohl. Natürlich. Ich bin schon unterwegs. Boah, die verfolgen den alten Mann aber auch mit einer Ausdauer. Ich gebe mein Bestes. Freilich. So gut ich kann. Es ist Zahltag. Lass dich eines Besseren belehren, mein Sohn. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ihr werdet angegriffen. Ja. Ah. Wenn's denn sein muss. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Du willst, dass meine Siedler streiken. So, so. Was machen denn meine Leibeigenen? Ja, mein Lord. Für das Volk! Folgt mir, Brüder! Wie ihr wollt. Einer eurer Helden wird angegriffen. Das Gebäude ist ausgebaut. Wie ihr wünscht, mein Herr. Sehr wohl. Handel bestätigt. Geschafft. Ja. Sehr wohl. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Auf einmal macht ihr Attack-Move. Was soll denn das? Fertig, Meister. Ein Schmied beginnt mit der Arbeit. Einfach mal, was man euch sagt. Ihr werdet angegriffen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Ich gebe mein Bestes. Ja, gern. Ausbau vollbracht. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ausbau abgeschlossen. Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich Feins. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch Obdachlose-Siedler. Ja, na gut. So, hier gibt es nichts mehr für uns zu machen. Wenn wir auf Bogenschützen gehen wollen, brauchen wir möglichst natürlich bald auch den Schießplatz. Wir haben einen Held attackiert. Meinen Verbündeten soll nichts geschehen. Ja. Fertig, Meister. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Für das Volk! Ergreift sie! Ja, mein Herr. Lass dich eines Besseren belehren, mein Sohn. Ich hab getan, was ihr wolltet. Jetzt hat er aber noch Amso unterbrochen. Es gibt nicht genug zu essen. Feinde haben einen Held attackiert. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Das Gebäude ist ausgebaut. Ich hab sehr oft schon von Leuten gehört, die überhaupt keine Häuser und Bauernhöfe bauen. Ja gut, das Spiel forciert. Das fände ich auch einfach eigentlich nicht genug. Ich finde, gerade im Winter müssten sie die Motivation richtig runtergehen, wenn sie kein Haus haben. Und auch wenn es regnet. Aber wo kämen wir denn da hin, wenn das Wetter wirklich eine Rolle spielen würde? Ist ja nur eines der Hauptthemen des Spiels. So, aber sobald wir den Sommer herholen, kommt das alles wieder in Ordnung. Mit dem Angriff Steiners und so. Wenn Gott es so will. Gut. Ja, mein Gott. Zahltag. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja, aber effektiv ist die Spielweise definitiv nicht. Aber das Feedback ist einfach halt, finde ich, nicht gut. Es gibt zu wenig Wetten, dass du nicht erkennen kannst, wie viel das überhaupt bringt. Ihr verfügt nun das Bestand über eine neue Technologie. So, fahrt. Ja. Ja, ist gut. Heureka. Kein Problem. Fertig. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Ingenieur beginnt mit der Arbeit. Gut. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Der Feind attackiert eure Siedlung. Attacke! Jawohl. Fertig. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. Ja gut, das hat ja schnell aufgehört, dass er meint, nicht mehr bekehren zu müssen. Lasst die Furcht von euch abfallen und kämpft! Ja. Also wenn so ein kleines Ding schon 1200 Schwefel hat, wozu soll ich ein Schwefel kaufen? Weißt du, wenn der Schacht hier, wenn Pilgrim bei, äh, bei Ari gewesen wäre. So, dann hätte ich es verstanden, dass man vielleicht Schwefel kaufen muss. Schaden möchte ich das Bekehren haben. Ja, aber ich habe nicht gesehen, dass er Schaden genommen hat. Es gibt nicht genug zu essen. Ausbau abgeschlossen Kein Problem Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen Alles weg Wird erledigt 5.000 Taler Das bedeutet aber, dass wir definitiv eine Kirche brauchen Wir können immer noch nicht Sommer werden lassen, was soll denn das? Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen Meinen Verbündeten soll nichts geschehen Jawohl Finde dein Heil auf der Seite der Gerechten Feinde haben einen Held attackiert So, ein paar kostenlose Bogenschützen Dafür sind wir genau die Richtigen Ein Priester tritt in eure Dienste Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen Es gibt nicht genug zu essen Gut, gut So gut ich kann So gut ich kann Wie ihr wünscht, mein Herr Fertig Fertig So Ach, endlich 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 ist das Eis weg Jetzt werden bessere Zeiten anbrechen Wie ich sehe, seid ihr im Besitz einiger Kristalle eures Vaters Sie beherbergen eine große Macht Ihr müsst sie gut verwahren und weise einsetzen Herr Dario Nun, da das Eis gebrochen ist Sind auch einige zugeschüttete Wege ins Dorf wieder zugänglich Nun wird es aber auch General Kerberos möglich sein Uns über diese Wege von Osten her anzugreifen Er ist die rechte Hand, König Mordretz Und gilt als besonders gefährlich Wissen wir ja noch nicht Wir müssen ihn ein für allemal besiegen und aus dem Land jagen Er hat sein Hauptquartier in einer alten Feste im Osten bezogen Seine Truppen zieht er aber nahe unserer Grenzen auf Dort müsst ihr ihn stellen Ja Wie ihr wollt Und dann Dann haben wir den Alp über das Ohr gehauen Und der Dachchef Hey, der Ausbau ging sogar weiter während der Katze Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht Aber gern Ausbau vollbracht Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächten So hohe Steuern habe ich meinen Lebtag noch nicht zahlen müssen Das ist Ausbau Das ist Wucher Seid ihr noch ganz Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar hoch Zahltag Einer eurer Ingenieure ist am Boden zerstört Weil die Steuern zu hoch sind Heu doch Das Gebäude ist ausgebaut Fertig, Meister Ausbau Zu Essen Ähm Wo wollt ihr hin? Ausbau vollbracht Ja, ja, ja Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen? Es gibt zu wenig Betten in eurem Raum Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Steuern sind untragbar hoch Das Gebäude ist nun ausgebaut Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen Feinde haben einen Arbeiter attackiert So ein Steiner Angriff Ausbau Seid gesegnet Forschung abgeschlossen Ausbau abgeschlossen Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern Ihr habt seid in Das ist Wucher Unverschämtheit Senkt die Steuern Es wird bald Regen geben Regen ist okay Sie schebert Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen Es regnet So gut ich kann Ähm wer fehlt Jario fehlt Sehr wohl Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen Das Gebäude ist ausgebaut Selbstversteckend Natürlich Nieder mit ihnen Ja mein Gott Auf sie Sagt ich kämpfe nicht so Endes ich will mit seinem Generell in einen Bunker zurückziehen muss Um die nächsten Schritte zu planen Und dann mit Truppen hantiert Und ich wusste dass er sie gar nicht mehr hat Ja Dafür sind wir genau die Richtigen Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten Feinde greifen ihn an Handel bestätigt Nieder mit ihnen Nix mehr da Kann ich dann jetzt gehen Ausbau abgeschlossen So Es ist seit gesegnet Einer eurer Ingenieure Ist am Boden zerstört Weil die Steuern zu hoch sind Ausbau vollbracht Feinde haben einen Held attackiert Okay Irgendwer meint hier jetzt noch Feuerwerk zünden zu müssen Und scheinbar auch noch eine ganze Batterie Liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld Was Ari was tust du denn Das Gebäude ist nun ausgebaut Nichts lieber als das Ich glaube ja Dass hier eine Verwechslung vorliegt Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein Natürlich Ich habe Ich habe getan was ihr wolltet In Ordnung Dafür sind wir genau die Richtigen Forschung abgeschlossen Verteidigt euch Ihr werdet angegriffen Heureka Der Tag der Abrechnung Steuern und Sold Fürchte die Wunde nicht länger So gut ich kann Wir erledigen das Seid unbesorgt Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten Feinde greifen ihn an Elias liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld Sehr wohl Könnt ihr mal aufhören Immer in euer Verderben zu rennen Gut So gut ich kann Aber gern NARIO NARIO Das kann kein Ungläubiger Bessern So gut ich kann Ja Mein Laut Wie ihr wollt So gut ich kann Ist in Ordnung Wenn's denn sein muss Jawohl Ihr geht auf die 1 Ihr auf die 2 Ihr auch Könnt ihr schwören Ich hab gerade eine Elfe gesehen Dort oben im Baum Feinde greifen eure Häuser an Es ist Zaltag Einer eurer Ingenieure ist am Boden zerstört Weil die Steuern zu hoch Eure Siedler werden gesegnet Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht Ergreift sie Ja mein Herr Nur Mut Wir werden siegen Attacke Ja Herr Wie soll ich mich konzentrieren Wenn ihr mich kitzelt Einer eurer Helden wird angegriffen Lasst mich bitte meine Arbeit machen Ich mach das schon Ich könnte schwören Ich hab gerade eine Elfe gesehen Dort oben im Baum Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei Wie soll ich mich konzentrieren Wenn ihr mich kitzelt Wie soll ich mich konzentrieren Wenn ihr mich kitzelt Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei Ja mein Lord Ja ja Wenn's denn sein muss So gut ich kann Lasst mein Volk in Frieden Wie ihr wünscht mein Herr Warte KI Truppen haben trotzdem volle Sicht Okay Okay Einer Helden wird angegriffen Ja Seht nur Es klart auf Und wird wieder warm Lasst mich eure Wunden sehen Wie ihr befehlt Lasst mich bitte meine Arbeit machen Ich mach das schon Bis in den Tod Jawohl Leert sie das Fürchten Der Tag der Abrechnung Steuern und Sold werden gezahlt Das Gebäude ist nun ausgebaut Ja Feinde haben ein Held attackiert Angriff Für Ruhm und Ehre So gut ich kann Sehr wohl Selbstverständlich Dario wurde überwältigt Und liegt kampfunfähig Auf dem Schlachtfeld Ihr verfügt nun Über das Wissen Über eine neue Technologie Nix mehr da Kann ich dann jetzt gehen Jetzt könnt ihr zeigen Was ihr gelernt habt Wenn die Pfeile jetzt Nicht auch noch so langsam werden Ich meine man kann ihn eh nicht ausweichen Das führt nur dazu Dass der Schaden so merkwürdig verzögert Ist Ich tue mein Bestes Sofort Angriff Für das Volk Lasst mich bitte meine Arbeit machen Ich mach das schon Sehr wohl Ich tue mein Bestes Wom hier eine Kiste hinstellen Ist auch total sinnvoll Ja Ja Attacke Wie ihr befehlt In Ordnung Attacke Ja Einer eurer Helden Wird angegriffen Wie ihr wünscht Wie ihr wünscht Mein Herr Ja Attacke So gut ich kann Also bei Bluebyte Wurden solche Sachen Gerne mal vergessen Ja Gut Ich tue mein Bestes Lasst mich bitte meine Arbeit machen Ich mach das schon Eure Atacke Ihr habt es so gewollt Nieder mit ihnen Auf sie Für Ruhm und Ehre Ergreift sie Haltet ein Legt die Waffen nieder Ich gebe mich geschlagen Behandelt mich wie ihr selbst wünscht In Gefangenschaft behandelt zu werden So sehen wir uns also wieder Nach all den Jahren Mein Sohn Viel Unheil hast du dir die Welt gebracht Seit du dich einst von mir abwandtest Und dich in den Dienst von diesem Bastard Mordred gestellt hast Vater Es ist gut bei euch zu sein Denn ihr werdet mich nicht irreführen wie dieser Mordred Woher sollte ich wissen dass er es auf den Thron eures Bruders abgesehen hatte Als ich das erkannte war es bereits zu spät Der Schaden den du in all den Jahren angerichtet hast Ist kaum wieder gut zu machen Kerberos Du hast Schande über dich und die ganze Familie gebracht Hast König Khaeron Deinen eigenen Onkel auf dem Gewissen Mag sein Ich habe geirrt Vater Doch nie in böser Absicht Nein Bedenkt Ich kann euch von großem Nutzen sein Hier Ich habe etwas Wonach ihr sucht Einen der Kristalle Die einst dem alten König gehörten Meine Männer Fanden ihn im Wald Nehmt ihn Als Zeichen meiner Verbundenheit mit euch Auch Weiß ich von einem weiteren Stein In den Nebelbergen Und vermag es euch Dorthin zu führen Lasst mich euch begleiten Ich führe euch zu dem Orb Und werde mit euch Gegen Mordred kämpfen Stoßt euren Sohn nicht zurück Lasst euer Herz sprechen Und vertraut mir Ich weiß nicht wie meine Kameraden das sehen Aber ich denke dass jeder Mensch eine zweite Chance verdienen sollte Wohl an Lasst uns aufbrechen Suchen wir den Orb Auf in die Nebelberge Ich weiß nicht Ich weiß nicht In jungen Jahren war Kerberos von Garhitzingem gemüht Niemals verziehe er seinem Vater Helias Dass jener den Thron ausschlug Eines Tages ward er von Zorn übermannt Er lehnte sich auf gegen ihn Kehrte sich von ihm ab Und verließ das alte Reich Ja Er schloss sich gar seinen Feinden an Den dunklen Truppen Mordreds Nichts anderes erwog er dabei im Herzen Als den unbezwingbaren Wunsch Der einst das Erbe des Thrones Zurückgewinnen zu können Und sei es im Kriege So Was für eine Wendung Und auch eine tolle Dialogregie von Ari Das hätte man aber auch gerade So emotional aufziehen können Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern Einer eurer Ingenieure ist am Boden zerstört Alle Helden hatten die Nebelberge erreicht Helias hatte seinen Sohn Kerberos wiedergefunden Das Verhältnis der beiden war jedoch getrübt Stärker als allgemein angenommen Bro, what? Kerberos, ein Geständnis einer Niederlage Kam für alle Beteiligten höchst unerwartet Aber ein jeder Mitstreiter im Kampf gegen Mordred Konnte ihnen nur recht sein Mit dem Wissen über das nächste Relikt War Kerberos durchaus nützlich für sie Nun konnten sie ihr nächstes Abenteuer In den Nebelbergen angehen Ja Wir haben jetzt gleich das Die Burg gar nicht Wir haben die Burg gar nicht repariert Nun hatten unsere Helden und Kerberos mit ihnen Die Nebelberge erreicht Bis zu den oberen Nebelbergen Wo sich nach Kerberos Aussagen das Relikt befand War es jedoch noch ein weiter Weg Der obere Pass war durch einen Fluss von dem unteren getrennt Und unglücklicherweise waren einige Teile der Wettermaschine zu Schaden gekommen Doch bis zum Fluss lag auf dem Weg der Helden noch so manch anderes Hindernis So In der Mission konnte man ja glaube ich Gewinnen Ohne überhaupt irgendwo Groß was zu machen Gleich macht es raus Ich würde euch ja mit Ersatzteilen für die Wettermaschine aushelfen Allerdings habe ich euch in letzter Zeit oft geholfen Es ist an der Zeit, dass ihr euer Können als zukünftiger König unter Beweis stellt Ich stelle euch ein Schloss und ein paar Leibeigene zur Verfügung Ich erwarte, dass ihr mir eure Fähigkeiten beweist und daraus ein florierendes Reich errichtet Wenn ihr euch bewiesen habt, werde ich mich wieder bei euch melden Seid vorsichtig Hinter den Ausgängen Richtung Osten befindet sich ein Außenposten Mordreds Bevor ihr sie öffnet, solltet ihr euch eurer Verteidigung widmen Die Anzahl eurer zivilen Arbeiter muss zu einer hohen Zahl heranwachsen Oder entdeckt ein zweites Dorfzentrum und besetzt es Ein Dorfzentrum? Ich habe so riesige Probleme mit dieser Geschichte Ich sage ja, ich habe das Gefühl, einige Karten sollten eigentlich in einer anderen Reihenfolge sein Weil das hier wirkt für mich auf, als wäre das er eigentlich gedacht, dass man diese Karte relativ früh spielt Das würde auch erklären, wieso Salim hier so abwesend ist Ich glaube, Salim ist nicht meiner Katzchen gewesen Und wenn das hier früher gewesen wäre Dann hätte man nämlich sagen können Dann ist Kerberos so ein Drittel der Kampagne bei uns Und da er den sechsten Slot einnimmt Hätten wir uns halt gedacht Okay, er ist der sechste Held Aber wir wissen ja bereits, dass Salim diese Rolle übernimmt Aber gut, von der Kampagne fehlt ja auch ein Viertel Hier ist das Dorfzentrum Ja, ist gut So, Pilgrim Achtung Gleich macht es raus Das kann ich Das kann ich Ich hatte im Kopf, dass Kerberos sogar 700 Gesundheit hat So Ich sehe keinen Lehmschacht hier Aber wir brauchen Steuergelder Also Lass mal die Hochschule schon mal rushen Die Frage ist, wo bauen wir sie am besten hin Dass sie Nicht im Weg steht Jetzt würde ich sie direkt hier hin bauen Achtung Gleich macht es rums Leben ist oberhalb von deinen Helden Da oben Ja 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 Oder auch Kerberos und Dario Wechseln das gesamte Spiel über kein Wort miteinander Es hinterfragt auch niemand, dass Helios sein Vater ist Ja Hinter diesem blockierten Durchgang Gibt es reiche Holzvorräte Und mehr Jawohl Aber gern Gut Ja So gut ich kann Wie viel Gesundheit hat so ein Hauptmann aus S4? Ähm 215 Vanilla Und 255 Mit Uro Also 255 Weil das ist der Höchstwert, der einstellbar ist Bevor es einen Overflow gibt Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen Natürlich Wird erledigt Ähm Wieso kann ich nicht Drauf klicken? Es wirkt halt so als wäre das gedacht Dass diese Karte hier eigentlich zwischen Barmessia und Volklung kommt Ja 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 In Ordnung Das kann ich Ja Auf in die Schlacht Spürt meine Klinge Ein Hild ist in großer Gefahr Weiß nicht Man könnte meinen Ihr wollt ein Gegner sein Man könnte was meinen Also wahrscheinlich war es auch einfach Zeit Also das Spiel sah ja wirklich mal vorher ganz anders aus Lass dich eines Besseren belehren, mein Sohn Oder Ubisoft hat ihnen gesagt Passt auf, dass die Story nicht zu gut wird So am Ende kommen noch Gefühle auf Bei einem Siedler Das könnte ein bisschen lauter werden Ergreift sie Aber ich muss halt trotz allem sagen Ich würde zu gerne das Spiel mal so spielen Wie es ursprünglich gedacht war Also einmal die Version Bevor es Erbe der Könige wurde Und einmal halt die Version Wirklich alles Der ganze Inhalt drin ist Also es war vorher tatsächlich mal eine Version gedacht Die näher an S4 dran war Aber halt Wo mehr auf den Siedelteil Dass man Olympiaden zum Beispiel ausrichtet Mit Griechen und Afrikanern als Völkern Und dann haben sie es halt hier drauf gemacht Und hier fehlt halt zum Beispiel ein Viertel der Kampagne Seid gegrüßt zu meiner kleinen Hellerbude Hier bekommt ihr was andere nicht haben Eisen, Schwefel, alles in bester Qualität Schaut mal in euer Handelsmenü Meine Angebote sind unschlagbar Neunziger habe ich ein S5 Turnier spielen Nice Kein Problem Kein Problem Sofort Ist in Ordnung Das kann ich Das werden sie bereuen Jonas, wie du es nattest Ist das irgendein Insider Nicht, gerade nicht Blicke? Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Mine auf Selbstverständlich Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen So, dynamisches Vater-Sohn-Düro Jawohl Ja, in Ordnung Jawohl Ich gebe mein Bestes Natürlich Ich gebe mein Bestes Zahltag Ja, mein Herr Feinde haben einen Held attackiert Folge mir, mein Sohn Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen Der Herr Gebe euch Kraft Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Bauer beginnt, eure Siedler mit Mahlzeiten zu versorgen Oh, hier ist so viel an Rohstoffen Also Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen Ja, das hat wirklich Also das wirkt wirklich wie noch eine relativ frühe Karte Mit viel, viel Platz Und viel, viel Rohstoffen Und auch noch relativ safe Aber ich fand das als Kind schon immer komisch, dass Salim hier komplett abwesend ist Ja Ja, in Ordnung Ich kümmere mich darum Ja Pilgrim, wir brauchen dich Das könnte ein bisschen lauter werden Scarebrows Attack Speed schneller Äh, das weiß ich nicht Auf jeden Fall Aber seine Animation Da macht er halt mehrere Schläge hintereinander Sofort Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett Aber das ist keins mehr frei Also ich weiß, dass, äh, das Geil ist Und ich weiß, dass, äh, das Geil ist Weil der Geilbrush mal ein bisschen drüber geredet hat Ja, ihr benötigt mehr Leben Wie ihr wünscht Aber ich muss auch einfach sagen Ich hab auch einfach inzwischen Also klar, wenn, wenn Entwickler was, äh, ergänzen wollen Begrüße ich das Aber ich hab's eigentlich nicht nötig groß zu fragen Weil ich hab inzwischen einfach einen Blick entwickelt dafür Ich hab so viel bei Siggler 4 vor allem Hat unter die Haube geguckt Dass ich auch einfach erkenne Ob eine Map früh oder spät im Entwicklungszyklus entstanden ist Weil du's einfach siehst Gibt es auf YouTube nicht so ein altes Entwicklervideo? Ähm, der Geilbrush war mal bei, äh, Maurice Weber im Stream zu Gast Das ist tatsächlich, glaub ich, sogar relativ kurz nach mir Es ist Zahltag Woran machst du das fest? Ähm, du siehst das An der Mapgestaltung Also bei S4 merkst du zum Beispiel bei manchen Maps Dass einfach nur Editor schnell mit den größten Größen Irgendwas gepinselt wurde Zum Beispiel bei den Startvorgaben oder so Dann das Balancing ist meistens noch nicht final Manchmal steht's auch im Skript Oder das Skript ist einfach noch nicht fertig Das sind halt einfach alles so Anzeichen Wo du siehst, dass da noch nicht so der Feinschliff drin ist Also wenn du dir zum Beispiel Bei S4, ich glaub Cordoba hatte es Da siehst du's, glaub ich, an den ganzen Armeen, die die Gegner haben Äh, bei Grand Fee Settlers siehst du's An den, zum Beispiel an den Warenstapeln Die die Gegner haben Das ist einfach höchste Pinselgröße oder so Und dann, äh, gib ihm Oder auch einfach, wenn Kampagnenkarten teilweise einfach gar kein Skript haben Oder auch einfach zu Spiel Sehr groß sind, aber eigentlich gar nichts drauf passiert Also Spiel Ähm, Wikinger 3 Format on Da kann man erkennen, dass da eigentlich noch Eine vierte Siedlung sein sollte Wahrscheinlich eine Maya-Siedlung Die sie dann am Ende weggelassen haben Hierfür benötigt ihr mehr Taler Es ist Zahltag Genau, und von Erbler Könige hier im Spiel Gibt's auch ein Making-of-Video, das stimmt Das ist korrekt Kein Problem Nichts lieber als das Das hab ich auch als Kind oft geguckt Ach, ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich feines Ich hatte ja auch mal Ambitionen In die Spielentwicklung zu gehen Ich meine, indirekt könnte das jetzt immer noch passieren Mit Colonia Prima Halt über einen Umweg Genau, das Ich hab sogar mal das Video referenziert Als ich die Arbeitsanimation S4 gezeigt habe Mit Figur von Kerberos beim Spiel Ja, das ist halt auch nicht so schade Also, gucken wir uns mal an Kerberos ist Eines der besten Designs einfach in diesem Spiel Weil er so hervorsticht So, der Das ist eigentlich kriminell Dass sie ihn so Missraten geschrieben haben Dass er keine Bedrohung wirklich ist Und sie hätten das so gut drehen können Dass er so richtig verschlagen ist Ich meine, beim Voice-Acting Ich finde, der Sprecher strengt sich ein bisschen zu sehr an Um böse zu klingen, aber Ja, klar, Making-Off ist ja vorher offiziellen Seite Also, ich meine, es ist ja auch Ich sag mal so Es ist ja auch normal Dass Sachen wegfallen Und auch bei Filmen Ist es ja auch so Da wird ja viel mehr an Szenen aufgenommen Oder auch verschiedene Versionen der gleichen Szene Und deshalb kann ja auch ein Film Im Cutting Room Komplett zerstört Oder komplett gerettet werden Und es ist halt Es ist ja nicht unbedingt immer schlimm Also manchmal fallen auch einfach schlechte Ideen raus Manchmal reicht die Zeit nicht Und manchmal merken sie einfach, dass es nicht sinnvoll war Wenn es wirklich nur ein Zeitproblem war Macht es natürlich manchmal im Nachhinein Sinn Die Sachen zu restaurieren Beziehungsweise manchmal wird es dann ja auch in der Ons wieder aufgegriffen Ich denke mal, dass Brücken so ein Feature waren Was ursprünglich fürs Hauptspiel geplant war Und man dann gesagt hat Äh, nee Das ist zu viel Aber Ja, es ist halt einfach Ubisoft hier gewesen Also die haben ja bei S4 schon ziemlich viel Zeitdruck gemacht Und ich meine, dieses Spiel sollte ja auch so ein Stück weit ein Reboot fürs Franchise sein Da hätte man ruhig mal die Zeit investieren können Genauso Sega mit Sonic 06 Ich meine, das Fan-Remake zeigt ja, wie gut diese Spiel hätte sein können Das hätte das Franchise neu definiert So, jetzt haben wir Jetzt haben wir die Boost-Ära Die ich im Nachhinein jetzt ein bisschen als Fehlentwicklung betrachte Und deshalb hoffe ich auch, dass wir Dass wir für Colonia Prima nicht in die Situation kommen Dass wir je irgendwas vorzeitig wegen Zeitdruck veröffentlichen müssen Sondern uns das schön selber einteilen können Ich meine, nicht idealistisch, aber ich bin halt auch irgendwie der Meinung, wenn Wenn, äh, das Produkt am Ende halt stimmt, dann kommt der Rest von selber Aber wenn man es halt dann zu früh rausbringt Das bleibt halt auch immer negativ in Erinnerung Sowas tötet Spielereien Ähm, kriegen wir hier Ziegelhütten hin? Eine zumindest Zwei sogar Okay Aber dafür brauchen wir Steine Wartet, jetzt sollte aber Drehen doch was bringen, oder? Wird das Blocking gar nicht angepasst? Hier gibt's nix mehr zu holen Jetzt kann mir doch keiner erzählen, dass hier die Sägemüde nicht hinpasst Ja, ja Ja, ist gut Aber gern Wird Kolonia Riemann auch vor oder nach dem GTA 6 Release spielbar sein? Äh, was haben sie gesagt bei GTA 6 2025, oder? Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen Alle Bauernhöfe sind belegt Einige Siedler haben nichts zu essen Ja, die Frage kann ich leider nicht beantworten Ich würd's zu gerne Nach GTA 7 Boah, nee, ich glaub Vielleicht, wenn wir, wenn wir wirklich, äh Ja, da müssten wir aber dann auch mehr als drei Völker abliefern Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht Es gibt nicht genug zu essen Es ist Zahltag Fertig Aber gern Wird erledigt Ich kümmere mich darum Muss pilren Irgendwer fehlt doch hier Mario fehlt Wie ihr wollt In Ordnung Ich hab getan, was ihr wolltet Ihr habt nicht Ach Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich feines Ausbau vollbracht So, Dario Fertig Zeig uns den Weg Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen Ihr müsst mehr Steine besorgen So, wir brauchen Später hier ein Lager Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern Biss in einem Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit Biss in einem Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht Alle Bauernhöfe sind beliebt Einige Siedler haben nichts zu essen Ja, ich weiß halt nicht, was ich hier für eine Büchse der Pandora aufmache, wenn ich hier das frei mache Das ist meine Sorge Wenn ihr meint Ich hab getan, was ihr wolltet Die Sprengung der Steine eröffnet euch einen Weg zu neuen Rohstoffen und möglichen Verbündeten Allerdings hat die Explosion die Aufmerksamkeit von Mordrets Schergen erweckt Aus dieser Richtung droht ab jetzt große Gefahr Aber auch die Gegend im Osten ist nicht wirklich ein friedliches Ideal Ihr solltet mit Angriffen jederzeit rechnen In Ordnung Wie ihr wünscht, mein Herr Ja Wie ihr wollt Seid gegrüßt Wenn ihr euer Volk vermehren wollt Und auf Aggression zurückschreckt Habe ich einen Tipp für euch Lebensraum im Osten Der dort älteste der Siedlung östlich von hier Ist in Besitz eines uralten Schlüssels Ich habe nun durch Zufall erfahren Dass er für den seit Ewigkeiten verschlossenen Zugang zum Dorfzentrum im Süden passt Diese Hintertür ist sicherlich gefahrloser als der Hauptpfad Es ist literally Lebensraum im Osten Oh nein Wie ihr wünscht, mein Herr Sehr wohl Sehr wohl Flieg Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten Feinde greifen ihn an Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben Nieder mit ihnen Nur Mut Wir werden siegen Ja, wenn ihr wollt Könnt ihr mal ordentlich Pathfinder bitte In Ordnung Das kann ich Kommt Ich brauche euch Der Herr Bis in den Tod Bis in den Tod Seid unbesorgt Bis in den Tod Ja, mein Herr Dein Bestes Und Aris Boah, ist jetzt auch die Oh Oh Uff Oje, oje Oje, oje Das könnte Das könnte ein bisschen lauter werden Hier gibt's Hier gibt's jetzt nix mehr Wir haben alles abgebaut Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit Ja, ist gut Ja, ist gut Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich Es gibt nicht genug zu essen Oh, mit dem Kontext Und Oliver Karkofe spricht vom Reich Wenn ich jetzt noch diese Stimme könnte Oh Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen? Alle eure Wohnhäuser sind belegt Aber es gibt noch obdachlose Siedler Alle Bauernhöfe sind belegt Einige Siedler haben nichts zu essen Ja, mein Gott In Ordnung Ja Sehr wohl In Ordnung Sehr wohl Wie ihr wollt Wie ihr wünscht, mein Herr So gut ich kann Selbst dein eigener Mod findet Dann ist es nicht interessant genug Um hier zu sein In Ordnung Ja, mein Gott Wie ihr wollt So gut ich kann So gut ich kann Mein eigener Mod Gut Ist von der Gut Ist über eine Stunde von der Arbeit Wiederkommens K.O. In Ordnung So gut ich kann Der Tag der Abrechnung Steuern und Sold werden gezahlt Ja Sehr wohl In Ordnung Ein Held ist in großer Gefahr So Fert Ja Ja Wie ihr wollt Huch, nein Fürchtet euch nicht Euch wird nichts geschehen Ja Wie ihr wollt Hier gefällt es mir Und viel mehr Steine Hier ist noch ein Vorkommen So ganz ziemlich großes Hier ist eins Hier gibt's nix mehr zu holen Kiste Amazing chest ahead Ja, na gut Es gibt zu wenig Betten In eurem Reich Ein Held ist in großer Gefahr Natürlich 2000 DM Oh Auch erstmal haben Vorlachen, ne Ich hab getan Was ihr wolltet Ja Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht Jawohl Attacke Natürlich Folgen wir mal so Einer eurer Helden wird angegriffen Der Tag der Abrechnung Steuern und Sold werden gezahlt Wird gemacht Ja, mein Herr Nur Mut Wir werden siegen Ich könnte schwören Ich hab gerade eine Elfe gesehen Dort oben im Baum Wir kümmern uns darum Wie ihr wollt Wow 250 Tage Wenn ihr es für richtig haltet Ein Held ist in großer Gefahr Na gut Aber gerne Ja, ist gut So, fast Euer Wunsch ist mir befehl So soll es sein In Ordnung Sehr wohl In Ordnung Ja Gut Das Gebäude ist ausgebaut In Ordnung Seid gegrüßt edle Herren Ich habe hier den Schlüssel Den Schlüssel zu Mordrits Dorfzentrum Als Gegenleistung Verlange ich einige hübsche Statuen Einige hübsche Statuen von euch Baut sie direkt an meinen Brunnen hier Gut All eure Wohnhäuser sind belegt Aber es gibt noch obdachlose Siedler Es ist Zahltag Baut mehr Bauernhöfe Um all eure Siedler versorgen zu können So, ein Leibeigener Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, ist gut Wie hat sie Objekte? Aber sag nicht welche So kann ich einfach die hier nehmen Einer eurer Arbeiter wird angegriffen Was? Nein, nein, nein Was macht ihr denn? Ja Ist in Ordnung Ich hab getan, was ihr wolltet Nichts lieber als das Nichts lieber als das Geschafft Sehr wohl Fertig, Meister Alle eure Wohnhäuser sind belegt Aber es gibt noch obdachlose Siedler Wenn's denn sein muss Ja, ja Alle Bauernhöfe sind belegt Einige Siedler haben nichts zu essen Danke, danke für eure Hilfe Die Baustellen reichen einfach schon Ich habe euch den Weg Den Weg zu Modrets Dorfzentrum geöffnet Ihr kommt nun ohne Kampf Ohne Kampf dorthin Möget ihr erfolgreich sein In eurer Aufgabe Weg, wieder abreißen Nee, geben ja Motivation Hier war doch vorhin Eisen Wird erledigt Ausbau fertig Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja Ja, ja Fertig, Meister Sofort Bis in den Tod Hier gefällt es mir Fertig, Meister Ein Schmied beginnt mit der Arbeit Es ist soweit Ihr könnt euer Haupthaus ausbauen Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen Streitet furchtlos Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen? Ein Alchemist beginnt seine Arbeit Einer eurer Arbeiter wird angegriffen Macht sie nieder Einige Siedler Haben keinen Platz zum Nächtigen Das kann ich Aufwärts ist nur auf der Leib eigene da weg Dafür sind wir genau die richtigen Angriff Zahltag Geschafft Binde dein Heil auf der Seite der Gerechten Ihr könnt nicht sieben Seht es doch ein Angriff Wenn Gott es so will Einer eurer Arbeiter steckt in Schwierigkeiten Feinde greifen ihn an Seid unbesorgt Dario wurde überwältigt und liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld Achtung Gleich macht es rutsch Na komm Feinde greifen euch an Na gut Ich brauche eure Hilfe, meine Freunde Wie ihr wünscht Lass dich eines Besseren belehren, mein Sohn Freilich, wenn ihr wollt Er guckt auch nicht mal in die richtige Richtung Macht sie nieder Aber gern Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten Feinde greifen ihn an Wird erledigt Aber gern Es ist Zeittag Jawohl Seid unbesorgt Ich hab getan, was ihr wolltet So, ihr veredelt schon mal ein bisschen Wir müssen hier aufräumen Euer Wunsch ist mir befehlen Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen? Alles weg Wird gemacht Ausbau vollbracht Feinde haben einen Held attackiert Ja, ja Leert sie das fürchten Flieht Ja, flieht So weit ihr könnt So soll es sein Mein Eisenbergberg Wie kann die K.I. es wagen? Aber die einfach sogar die Kanone Angst vor Kerberos hat Feinde greifen eure Häuser an Wie ihr wünscht Folge mir, mein Sohn Ja Fertig? Na gut Ich bin schon unterwegs Freilich Wie ihr wollt Wenn ihr wollt Okay, sie wissen jetzt gar nicht, was sie tun wollen Wenn ihr wollt Ich bin schon unterwegs Zahltag Wir erledigen das Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen Ihr seid auf Feinde gestoßen Sie greifen an Ja Ja Attacke Das Gebäude ist ausgemacht Ich meine Ja, ich verstehe, was die vorhatten mit den Truhen Es ist schon eine gute Art Scouting zu belohnen Könnt ihr nicht mal einen anderen belästigen mit eurem Hohengeschubse? Natürlich Aber ja Es hätte Man kann nicht einfach irgendwo Rohstoffe hinknallen Das muss schon irgendwie ein bisschen sinnvoll gewählt sein Einer eurer Helden wird angegriffen Angriff Ja Lauft nur, lauft So schnell ihr könnt Ja, Herr Wie ihr befehlt Ja, gern Selbstverständlich Finde dein Heil auf der Seite der Gärt Ein Stein Tritt in eure Dienste So, die lassen wir Kerberos Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich Feinde greifen euch an Es ist Zeit Ich finde es halt auch sehr auffällig, dass sie Trotz fehlendem Siedlungsplatz Jetzt immer noch Truppen ausheben können Wofür ich weiß, gibt es hier jedenfalls nur einen Auf in den Kampf Geht mit dem Segen des Herrn Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben Feinde haben einen Held attackiert Macht sie nieder Ja, einfach Lootboxen Macht sie nieder Verteidigt euch Ihr werdet angegriffen Wir erledigen das Wird erledigt Kein Problem Nieder mit ihnen So gut ich kann Ich tue mein Bestes Wir kümmern uns darum Auf in den Kampf Ergreift sie Bis in den Tod Fertig Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt Der Tag der Abrechnung Steuern und Sold werden gezahlt Verteidigt euch Ihr werdet angegriffen Jawohl Das müssen wir besser vorbereiten Für Ruhm und Ehre Aber gern Ist in einem Aber gern Angriff Sofort Leute Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt Nur Mut Wir werden siegen Einer eurer Helden wird angegriffen Finde dein Heil auf der Seite der Gerechten Ja gern Ja mein Herr Spürt den Zaun des Herrn Eine neue Technologie ist erfolgt Angriff Wie ihr wünscht Ausbau abgeschlossen Sicher Ja Ich bin schon unterwegs Ihr werdet angegriffen Spürt meine Klinge Der Sieg wird unser sein Wir kümmern uns darum In Ordnung Jetzt die Heilfähigkeit Wär schön Ihr fürchtet euch Das solltet ihr Folge der gerechten Sache Und deine Sünden Seien dir vergeben Selbstversterblich Feinde haben einen Held attackiert Eine neue Technologie ist erforscht Helios unterlag Und ist bewusstlos Das könnte ein bisschen lauter werden Fertig Ihr habt mich überzeugt Hier Euer Ersatzteil Mit der Wettermaschine solltet ihr euch den Pfad in den Norden ebnen können Das Relikt scheint allerdings gut bewacht zu sein Lass den Übergang in den Norden gefrieren Der Übergang im Norden und du zeigst mir die Kamera hier hin Ist klar Jupp Jupp Natürlich Wenn's denn sein muss Seid ihr bitte mal so gut und belebt Helios wieder Für Ruhm und Ehre Es ist Zeit Das kann ich Bis in den Tod Ich bin fertig hier Kann ich jetzt Feierabend machen? Ähm Kann ich das Tor nicht einfach abreißen? Euer Dorf wird angegriffen Kein Problem All eure Wohnhäuser sind belegt Aber es gibt noch obdachlose Siedler Baut mehr Bauernhöfe Um all eure Siedler versorgen zu können Ich tue mein Bestes Ich hab getan, was ihr wolltet Ja Wie ihr befehlt In Ordnung Bis in den Tod Aber gern Und dann Dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen Und der Dach, Chef Wie ihr befehlt Einer eurer Helden wird angegriffen Helden An einem der Steinlöche gibt es bald nichts mehr zu holen Na gut Ja, ja Ist das nicht wundervoll hier? Okay, der lohnt sich nicht mehr auszubauen Wenn Gott es schon will Ich hab getan, was ihr wolltet Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen Baut mehr Bauernhöfe Um all eure Siedler versorgen zu können Eure Arbeiter zahlen die Steuern Feinde greifen eure Häuser an Ausbau vollbracht Das Gebäude ist ausgebaut Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen So, stehendes Heer Ich hab getan, was ihr wolltet Beim Tore öffnen zu können ist auch zu viel verlangen Wir müssen das Teil abreißen Was jetzt? Alle Rohstoffe sind weg Wir können direkt das Wetterdurm und das Wetterkraftwerk bauen Sehr schön Ich glaub, du kannst es aber abreißen Damit käme man dann bei Hier hinten rein Feinde haben einen Held attackiert Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht Lasst die Furcht von euch abfallen und kämpfen Der Sieg wird unser sein Ich würde jetzt gerne mal langsam ihre Produktion unterbinden Aber gern Ja So soll es sein Ja, natürlich So soll es sein Na gut Na gut Ihr seid auf Feinde gestoßen Sie greifen an Nichts lieber als das Natürlich Kein Problem Kein Problem Perfekt Auf Sie Ja Jawohl Fertig Meister Ein Held ist in großer Gefahr Wird gemacht Ausbau vollbracht Fertig Ein Ingenieur beginnt mit der Arbeit Das Gebäude Das Gebäude ist nun ausgebaut Es gibt nicht genug zu essen Fertig Meister Jawohl Achtung mit der Kanone jetzt Ein Held ist in großer Gefahr Nieder mit ihnen Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern Ich bin müde Aber kann kein freies Bett finden Wozu bezahle ich meine Steuern So, die ersten Bogenschützen Spiel Spiel Wenn du die vier Leibeigenen haben Wer nicht Sie schüttet Ja Ich tue mein Bestes Ja, ist gut Ja Kein Problem Nichts lieber als das Ja Wird gemacht Ja 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 Ist gut Okay, nee Das geht nicht In Ordnung Kriegen meine Jungs Und ich heute Abend Frei Verteidigt euch Ihr werdet angegriffen Wenn er die Bildung Er hat bei sich Wozu sie steuern Steuern Was ich nicht meine Wir kümmern uns darum Jawohl Ich tue mein Bestes Nichts lieber als das Natürlich Na gut Ja Ich tue mein Bestes Dafür sind wir genau die Richtigen Der Herr gebe euch Kraft Einer eurer Helden wird angegriffen Zahltag Nieder mit ihnen Folgt mir in den Kampf Jawohl Der Sieg wird unser sein Ein Händler nimmt die Arbeit auf dem Markt Das Gebäude ist ausgebaut Helios Baut mehr Bauernhöfe Um all eure Siedler versorgen zu können Ein Held ist in großer Gefahr Erik war unterlegen und ist bewusstlos Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen Dafür sind wir genau die Richtigen Nieder mit ihnen Jawohl Das kann ich Ja Ist gut So Wir können die Sägemühle ausbauen Die Elten müssen sich ein bisschen erholen Die Elten Die Elten Die Elten Die Elten Die Elten Ausbauen Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ausbau abgeschlossen. Ein Held ist in großer Gefahr. So gut ich kann. Ja, in Ordnung. Jawohl. Natürlich. Ausbau vollbracht. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Essen an. Ausbau abgeschlossen. Das Gebäude ist ausgebaut. Einer eurer Helden wird angegriffen. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt auch noch Zeug. Alle Bauernhöfe sind belegt. Aber das hier ist halt erst safe. Ja Herr, kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ja, in Ordnung. In Ordnung. Wenn wir hier das komplett zerstört haben. Woher brauchen wir das gar nicht zu versuchen. Es gibt nicht genug zu essen. Hast du zum Beispiel schon mal einen MP gespielt? Nein. Gegebenenfalls werden wir uns um das Legend Night On kümmern. Nehme ich mir das mal gezielt vor. Okay, ist das der Kanonensum, an den man nicht rankommt? Nichts. Und dann greift sie an den Griff, an den Griff. Flieht! Ja, flieht so weit ihr könnt. Wie ihr wünscht. Finde dein Heil auf der Seite der Gäste. Einer eurer Steinbrüche ist erschöpft. Vorsicht jetzt! Geht nicht zu nah dran! Ein Held ist in großer Gefahr. Ari wurde überwältigt und ist kampfunfähig. Ja. Das werden sie bereuen. Okay, tschüss Kerberos. So, alle meine Helden sind tot, aber es ist egal. Der Feind attackiert eure Siedlung. Ja, mein Herr. Bis in den Tod. Ja, Forschung abgeschlossen. Es ist zahltag. Ich weiß nicht, da stirbt doch keiner. Stimmt, außer man ist in der Don. Ja. Das Gebäude ist ausgebaut. Das Gebäude ist ausgebaut. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. So, wir sind jetzt bei 10 Angriff. Ich hab getan, was ihr wolltet. Nichts lieber als das. So, fahrt. Legenden ist Erik drin? Das hatte ich grad gar nicht mehr im Kopf. Ja, ja. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Gut, aber Erik ist so ein Giga-Chat. Dem trau ich auch zu, dass er Jesus ist. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Schuld werden gezahlt. Fertig, Meister. Geschafft. Feinde greifen euch an. Ausbau abgeschlossen. Wie ihr befehlt. Sofort. Ja. Seid unbesorgt. Ja, Herr. Ja, ich meinst 20% mehr Attack. Ja. Lehrt sie das Fürchten. Forschung abgeschlossen. Ein Priester tritt in eure Dienste. Das Marktebene, okay. Stimmt, da ist er ein Verbündeter. Ja. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Ja. Jawohl. Ja. Jawohl. Ja. Euer Dorf wird angegriffen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Schuld werden gezahlt. Fertig. So, Zitadelle. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Ausbau abgeschlossen. Das kann ich nicht. Euer Dorf wird angegriffen. Jupp. es gibt zu wenig betten in eurem reich ausbau abgeschlossen das dauert noch einen moment wenn es denn sein muss sie shut up Ausbau fertig. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Das Gebäude ist ausgebaut. So, hohe Steuern. Fertig. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Euer Dorf wird angegriffen. Aber gern. Ausbau vollbracht. Kommt schon, schneller. Euer Dorf wird angegriffen. Ausbau abgeschlossen. Das ist Wuche. Unverschämtheit. Senkt die Steuern. Es ist Zeittag. Kommt schon, Leute, schneller. Eine neue Technologie ist erfolgt. Und wir können gar kein Eisen tauschen. Wir müssen nur... Wir können nur Lehm eintauschen. Wofür erforscht du Architektur? Damit ich die Häuser ausbauen kann, die mittleren. Gold und Kohle gibt es nicht. Nicht in dem Sinne. Ich meine, Teile ersetzen Gold in gewisser Weise. Ah, Kohle gibt es nicht. Es ist Zeittag. Einer eurer Ingenieure ist am Boden zerstört, weil die Steuern zu hoch sind. Ja, ach komm, wir machen einfach eine Heiligsprechung. Und gut ist's. Das Gebäude ist ausgebaut. Seid gesegnet. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ausbau abgeschlossen. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Hand drauf. Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ja, Herr. Seid unbesorgt. Euer Dorf wird angegriffen. In Ordnung. Ich könnte schwören, ich hab gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie. Aber wir haben gar keinen Schläfer mehr dafür. So hohe Steuern hab ich meinen Liebpack noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Und die Alchemistenhütte kann sogar veredeln. Sehr gut. Heureka. So, aber lässt mich schützen. Ach, diese Mamern können wir sogar angreifen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wird gemacht. Ergreift sie. Ihr werdet angegriffen. Wir erledigen das. Lehrt sie das Fürchten. Sofort. Wir brauchen mehr Uhren. Ich tue mein Bestes. Für Ruhm und Ehre. Ja gut, jetzt wo wir die Aberlästenschützen haben, brauchen wir ja kein Holz mehr für die... Auf in den Kampf. Für die Schützen. Attacke. Wir kümmern uns darum. Für Ruhm und Ehre. So ein paar meinen jetzt unbedingt so weit vorlaufen zu müssen. Für Ruhm und Ehre. Bis in den Tod. Kommt, ihr könnt die Burg von hier aus angreifen. Also tun wir genau das. Ah, die eine Forschung fehlt noch. Ja. Sie schüttet. Sie schüttet. Nichts lieber als das. Na gut. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Einer eurer Ingenieuren. Seid gesegnet. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Ist Kathedrale möglich in dieser Mission? Ja, ich habe eine. Na gut. Forschung abgeschlossen. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. So, Chemie. Ihr werdet angegriffen. Fertig, Meister. Ja, Moment. Die Kathedrale kann die Motivation ja nicht über das Limit heben, was die Dekoration, die ich schon habe, vorgeben. Macht sie nieder. Nur Mut. Wir werden siegen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Bis in den Tod. Hey, Meister. Ja, dafür hätte man die KI ja komplex skripten müssen. Ausbau abgeschlossen. Ach, da oben ist ja auch noch Schwefel. Das haben wir gar nicht genutzt. Naja, wenn wir gleich Pilgrim wieder haben. Zahltag. Zahltag. So, töte mal bitte die Leiteignen. Leert sie das Fürchten. Macht sie nieder. Auf in den Kampf. Ich hab getan, was ihr wolltet. Für Ruhm und Ehre. Attacke. Hättet ihr nicht einfach die KI übernehmen können. Das Spiel funktioniert ja völlig anders. S4 KI könnte hier auch nichts machen. Die hat sich schon in S4 oft genug in Ecken gebaut. Macht sie nieder. Ergreift sie. Auch wunderschön. Ja, das ist halt, wie gesagt, das Spiel ist nicht fertig gewesen. Eure Siedler werden gesegnet. Die hatten gar keine Zeit, um eine KI wirklich zu machen. Der Tag der Abbrechen. Die Steuern und Sold werden gezahlt. Feltig! Das kann ich. Jawohl. Sofort. Macht sie nieder. Aber ist hier kein Liedlungsplatz mehr? Fertig. Weiß da. Ich gebe mein Bestes. Helias, belebt die mal wieder. Helias! Ja, mein Herr. Selbstverständlich. Ich gebe mein Bestes. Ergreift sie. Ja, gern. Selbstverständlich. Jawohl. Jawohl. So gut ich kann. Wenn Gott es so will. Gut. Fertig, Meister. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ja, in Ordnung. Ja. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ihr werdet angegriffen. Ergreift sie. Jawohl. Wir erledigen das. Wird gemacht. Dafür sind wir genau die Richtigen. Macht sie nieder. So. Angriff. Angriff. Für Ruhm und Ehre. Angriff. Okay, die haben ja wirklich fast gar nichts. Pilgrin. Keine Angst. Ich verstehe was davon. Wie ihr wünscht. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wird erledigt. Nein. Doch nicht. Keine Ziegelhütte. Fertig. Aber gern. Nichts lieber als das. Aber gern. Sofort. Ja. 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 Na gut. Nichts lieber als das. Ja. Ist gut. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Zeit. Fertig, Meister. Perfekt. Gern. Wir erledigen das. Oh, das Eisenbergwerk haben sie ja fast komplett. Das Ding ist, irgendwo muss doch noch ein Siedlungsplatz sein. 250 ist viel zu wenig an... Angefälkerung. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Fertig, Meister. So hohe Steuern habe ich meinen Lebtakt noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbau. Ihr zieht uns das letzte Hemd aus. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Ja, ja. Ich hab getan, was ihr wolltet. Nur Mut. Wir werden siegen. Ergreift sie. Es ist Zahltag. Ich tue mein Bestes. Ja. Ergreift sie. Fertig. Ausbau abgeschlossen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ähm, Heiligsprechung. Kommen, wir räumen mal hier drüben ein bisschen auf. Kann ich. Fertig, Meister. Seid unbesorgt. So soll es sein. Wird gemacht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Feinde greifen euch an. Ergreift sie. Fertig, Meister. Natürlich. Es ist Zeit, da. Seid gesegnet. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich hab getan, was ihr wolltet. So. Ich hätte gerne hier oben noch ein paar Aussichtstürme. Ausbau vollbracht. Ja, ist gut. Jawohl. Ihr wollt ein Gegner sein. Dass ich nicht lache. Vorsicht, Kameraden. Ein Held ist in großer Gefahr. Ausbau vollbracht. Wenn Gott es so will. Finde dein Heil auf der Seite der Gerechten. Ich hab getan, was ihr wolltet. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ja, in Ordnung. In Ordnung. Ja, in Ordnung. Okay, einfach nur ein Random-Aussichtsturm. Gern. Dafür sind wir genau die Richtigen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wird gemacht. Wird gemacht. Seid unbesorgt. Aber gern. Na gut. Ja. Sie schäbert. Ja. Ist in Ordnung. Seid gesegnet. In Ordnung. Ja. Ja. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Was gibt es hier oben? Ja. In Ordnung. Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich mal hier war. Ja, ist gut. Jawohl. Ja. Fertig, Meister. Ja, in Ordnung. In Ordnung. Ja. Na gut. Nichts lieber als das. Zahltag. Nein. Fertig, Meister. Ja. Und gesegnet. Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Gut. Ich bin fertig hier. Das sieht aber auch eher nach Stein und Eisen aus. Ich meine, da sage ich nicht nein zu. Ich habe getan, was ihr wolltet. Aber gern. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Das Gebäude ist nun ausgebaut. Keine Angst, ich verstehe was davon. Ausbau fertig. Betrachte die Sache als erledigt. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, ist gut. Es ist Zeittag. Eisenschacht. Wenn ihr meint. Wird gemacht. Noch mehr Stein, falls wir es für irgendwas brauchen könnten. Fertig, Meister. Wird gemacht. Wird gemacht. Wie ihr wünscht. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ihr müsst etwas Platz schaffen, bevor ihr neue Siedler aufnehmen könnt. Natürlich. Fertig, Meister. Eure Arbeiter empfangen den Segen durch die Priester. Das Gebäude ist ausgebaut. Wie ihr wünscht. Jawohl. Ja, mein Herr. Ich hab getan, was ihr wollt. So, wo ist mein Wetterturm? Der Weg zu dem oberen Bergpass ist nun offen. Aber das Relikt scheint gut bewacht zu sein. Die Einheimischen wollen es euch wohl nicht freiwillig überlassen. Es liegt nun an euch, den Weg des Friedens oder des Krieges zu gehen. Ich glaub ja, dass hier eine Verwechslung... So, ich hab das noch nie gewaltsam gemacht. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Das könnte ein bisschen lauter werden. Wie ihr wollt. Ausbau fertig. So, jetzt müssen wir... ...derekt da rauskriegen. Wir erledigen das. Ich hab getan, was ihr wolltet. Fertig. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ja, Herr. Wird gemacht, wie ihr befehlt. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Flieg und zeig uns, was du siehst. Ausbau abgeschlossen. Fertig. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. So gut ich kann. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So gut ich kann. So, let's go. Angriff. Ja, so gut ich kann. Ihr werdet angegriffen. Ja, Milord. Lasst die Furcht von euch abfallen und kämpft. In Ordnung. Bis in den Tod. Ja, ist gut. Der Rohstoff in einer eurer Eisenschächte geht zur Neige. Jämmerliches Pack. In Ordnung. Für Ruhm und Ehre. Der Sieg wird unser sein. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. In Ordnung. Lehrt sie das Fürchten. Ja, mein Herr. Lehrt sie das Fürchten. Einer eurer Helden wird angegriffen. So, Ehre geht auf die Drei. Ja. In Ordnung. Ich tue mein Bestes. Für Ruhm und Ehre. Lehrt sie das Fürchten. Für Ruhm und Ehre. Attacke. Attacke. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Nur Mut. Wir werden siegen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja. Angriff. So gut ich kann. Jawohl. Angriff. Angriff. Lehrt sie das Fürchten. Lehrt sie das Fürchten. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Sofort. Auf in den Kampf. So gut ich kann. Wird gemacht. Jawohl. Macht sie nieder. Na komm. So soll es sein. Für Ruhm und Ehre. So soll es sein. Macht sie nieder. Ja. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Für Ruhm und Ehre. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Ihr habt es so gewollt. Das werden sie bereuen. Ja klar. Die spawnen einfach die Kanonen aus der Burg raus. Feinde haben ein Held attackiert. Jawohl. Ja. Für Ruhm und Ehre. Wie ihr wünscht. Bis in den Tod lehrt sie das Fürchten. Nur Mut. Wir werden siegen. Das kann ich. Das werden sie bereuen. In Fahrt mit euch. So, ihr werdet das jetzt immer auch so an die Länge ziehen, indem ihr repariert. Wie ihr befehlt. Ja. Angriff. Macht sie nieder. Wie ihr befehlt. Bald wird es wieder wärmer werden. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Jawohl. Ja, natürlich. Also ich hab das schwerer in Erinnerung, aber ich hab's auch nur einmal als Kind versucht und dann gelassen und einfach die 20.000 Gold bezahlt. Kerberos hatte mit dem Relikt in der Stadt in den oberen Nebelbergen recht behalten. Es handelte sich dabei tatsächlich um eines der Orb-Teile. Damit hatte er, Kerberos, sich für die Helden als vertrauenswürdig erwiesen. Der einstige Handlanger Mordrets war durch seine Kenntnisse ein nützliches Mitglied der Gemeinschaft geworden. Doch die schwerste Aufgabe lag noch vor ihnen. Der Weg durch die Nebelberge führte sie endlich nach Evelance. Okay, das ist grad abgebrochen. Okay, aber das hat jetzt auch lange genug gedauert. Das waren vier recht lange Maps. Hat auch nicht geholfen, dass ich natürlich auch extra jetzt den Gewaltsamen Weg geben wollte. Donnerstag wird es da wahrscheinlich mit der Evelance-Trilogie weitergehen. Und mal gucken. Samstag vielleicht mit ein paar von den Freispielkarten. Und dann habe ich das meiste an Footage auch schon zusammen, was ich benötige. Ich bin sehr gespannt, wie die Review ankommen wird, wenn es soweit ist. Aber die wird ein bisschen mehr Arbeit. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Dabeisein.